Wir sind auch nicht mit offenen Armen irgendwo empfangen worden, wenn wir gesagt haben, hey, wir haben, glaube ich, da was ganz Tolles entdeckt. Aber irgendwie hatten wir schon das Gefühl, ich will eigentlich niemand. Aber warum? Es war, glaube ich, zu neu und zu weit weg von dem Alter gebracht. Ich habe mal irgendwann eine Patientin gehabt. Ich wusste, die hat Probleme in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe. Aber das war nicht Thema. Die hatte Rückenschmerzen. Und ich habe die behandelt. Plötzlich ein Schrei. Hey, wenn es einen Urschrei gibt, dann war das ein Urschrei. Ich dachte, die Nachbarn holen jetzt die Polizei, weil sie denken, etwas Schlimmes passiert. Und dann hat sich dadurch, dass ich die Muskelspannung gelöst habe, das so geäußert, dass dieser Schrei da rausging. Und die hat gesagt, ich fühle mich so wohl, bitte weitermachen. Bewegung gehört einfach zur Schmerzfreiheit. Und da ist, das ist ganz klar, dass die WHO, die sagt nichts anderes. Wir müssen Menschen wieder in die Bewegung bringen, weil die einfach so wenig sich bewegen. Ich glaube, in Deutschland hat sich letztes Jahr 70 Prozent der Bevölkerung gar nicht bewegt. Oh Gott. Also wir laufen schon. Also ich meine jetzt keinen Sport oder irgendwas gemacht oder Übungen gemacht, sondern nichts. Und das 70 Prozent, meine Güte, das geht nicht, weil wir leben dadurch, dass wir uns bewegen. Wenn dann die Patienten, Patientinnen nach der Behandlung sagen, ihr Liebsthaber, darf ich sie in den Arm nehmen? Ja, weil das verändert Leben. Das verändert Leben. Wenn jemand chronische Schmerzen hat über Jahre hinweg und plötzlich hat er eine Möglichkeit, die loszuwerden. Was heißt das verändert Leben? Wenn jemand dauernd Schmerzen hat, das ist kein vollständiges Leben mehr, weil die besetzen einen. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Meine heutigen Gäste sind Petra Liebscher und Roland Liebscher-Pracht, bekannt als Liebscher und Pracht. Petra und Roland sind Schmerzspezialisten. Ich habe sie entdeckt, weil Freunde mit größeren Körperschmerzen durch ihre Übungen nahezu schmerzfrei geworden sind. Ich habe mich dann näher mit ihnen beschäftigt und war überrascht, dass es von den beiden einen YouTube-Kanal mit über 1,8 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten gibt. Und darin zeigt vor allem Roland seine Übung und ist mit 66 Jahren wahrscheinlich einer der ältesten YouTube-Stars in Deutschland. Ich habe sie eingeladen, weil ich mehr über ihren ungewöhnlichen Lebenslauf und die Funktion ihrer Methode erfahren wollte. Wir sprechen in dieser Folge sehr, sehr viel über körperliche Schmerzen, wo sie herkommen und was man laut ihrer Methode dagegen machen kann. Wir sprechen aber auch über ihre Beziehung, was ich super interessant fand, denn Roland und Petra sind seit 40 Jahren verheiratet, aber man merkt gleich, dass sie ein sehr, sehr lebendiges Miteinander haben. Wie schaffen die das? Wie hat der Erfolg und die Arbeit an Liebscher und Pracht ihre Ehe verändert? Und warum kriegt Roland noch immer Taschenkild von Petra? Diese Folge ist ein bisschen anders als sonst, denn hier geht es sehr, sehr viel um den Körper. Ich fand es super, super spannend und bin gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Liebscher und Pracht. Ich wusste jetzt schon eine Weile, dass ihr kommen werdet und ich habe vor zwei Wochen oder so, ich meditiere mal morgens und da gibt es dann manchmal so ein Zitat, was man noch so für den Tag kriegt und das passte total gut. Ich habe es mal mitgebracht. Schmerzen können dich verändern, doch das muss nicht heißen, dass die Veränderung schlecht ist. Verhandle deinen Schmerz in Weisheit. Das kommt von Dalai Lama. Das fand ich irgendwie gut und irgendwie passend. Was würdet ihr sagen, welche persönlichen Schmerzen konntet ihr in Weisheit umwandeln? Welche persönlichen Schmerzen in Weisheit? Also da kann ich nur zurückblickend sagen, ich habe ja, bevor das mit der Schmerztherapie alles losging, habe ich ja Kampfkunst unterrichtet und da verletzt man sich ja und da tut einem was weh und das ist ja eigentlich negativ und dadurch, dass dann mein Weltbild, was Schmerz angeht, sich völlig rumgedreht hat, weil aus dieser Bedrohung, oh was ist da kaputt, was ist da verletzt, ist das was Schlimmes, wurde der Schmerz ist die Sprache des Körpers, der einen aufmerksam machen will, aber die meisten Menschen verstehen diese Sprache leider nicht. Und das ist für mich ja eine ganze Menge Weisheit, weil letztendlich ist die Weisheit des Körpers, die praktisch dann sagt, mit dem Schmerz, der projiziert wird, schütze deine Halswirbelsäule besser, achte auf dein Schultergelenk, guck was du mit dem Rücken machst, das ist alles darin verborgen im Schmerz. Aber ich meine, es gibt ja auch die Schmerzen, wenn man sich mit dem Hammer auf den Daumen schlägt, das ist eine andere Art von Schmerz oder wenn man irgendwie sich verletzt bei einem Sturz. Aber diese Schmerzen, auf die wir ja spezialisiert sind, die so scheinbar meist aus dem Nichts auftauchen und dann quälen, das ist eine große Weisheit des Körpers, die wir aber lernen müssen, um sie dann so umzusetzen, dass wir den Schmerz wieder loswerden. Und gibt es aber auch einen persönlichen Schmerz? Petra? Ja, also es gibt zwei persönliche Schmerzsituationen, die ich vielleicht in Weisheit oder die mich ein Stückchen weitergebracht haben, sagen wir das lieber mal so. Und zwar war das, als meine Mutter gestorben ist, da war ich 20, meine Pflegemutter. Und das hat unendlich wehgetan. Das war ein ganz großer Herzens-Seelenschmerz, wie auch immer. Und ich weiß, wenn die Mutti nicht gestorben wäre, würden wir heute nicht hier sitzen. Es hat mich insofern weise gemacht, dass ich aufgrund dessen, dass ich sie begleitet habe bei dem Weg, habe ich auch mich entschieden, Medizin zu studieren. Und all das, was dann gekommen ist, Hilfe zur Selbsthilfe, mein großes oder unser großes Motto. Und daraus habe ich einfach ganz, ganz viel dann auch geschöpft und bekommen, obwohl dieser Schmerz unendlich groß war. Ich war viel zu jung, um diese wunderbare Frau zu verlieren. Also das war dieser ganz persönliche Schmerz. Und dann gibt es wirklich nochmal einen Schmerzschmerz, einen ganz persönlichen. Und zwar, als ich, ja, als ich einen Vortrag halten wollte über Ernährung an der Schule unserer Söhne. Und das ist ja mein Lieblingsthema. Und dann gerade an dem Morgen hat mich doch wirklich ein Hexenschuss erreicht. Und der war so heftig. Und dann habe ich Roland gebeten, dass er mich behandelt. Bis dato war alles nur, ja, nicht gelebt, sondern es war einfach nur Zugucken, Sprechen und sowas, was wir zum Thema Schmerz und so ausgedacht haben. Und ich habe es persönlich nicht erfahren. Und dann hat Roland mich behandelt. Ich kann einfach nur sagen, ich war am Abend schmerzfrei. Ich habe diesen Vortrag gehalten. Und das war auch wirklich so die absolute Sicherheit, dass da was da sein muss, was ich vorher vielleicht ein bisschen wahrgenommen habe, aber jetzt genau wahrgenommen habe. Und das war auch dann unser Start, wo wir wirklich gemeinsam los sind und einfach geschaut haben, hey, da muss ganz viel dahinter sein. Lass uns einfach ein bisschen mehr gucken. Und ich war dazu bereit, weil man darf ja nicht vergessen, ich komme aus einer ganz anderen Schule, ich bin ja, ich bin ja richtig ganz normale Ärztin und habe auch 40 Jahre lang jetzt nächstes Jahr 40 Jahre eine eigene Praxis. Und es waren ganz viele Leute da, die Schmerzen hatten und die hatten ja auch immer ganz viel Angst, wenn sie Schmerzen hatten. Und diese Angst, für diese Angst gab es plötzlich eine Lösung und das war, das war unglaublich gut. Weißt du noch, wann das war? Also so rein jahreszahlenmäßig? Ich schätze so vor, vor 28, 28 Jahren oder so. Ja, so irgendwie in der, in der Kante. 30, 30, 28, ja. Das heißt, du hast damals schon so ein bisschen geforscht in diesem Bereich, Roland. Du hast, du hast dich schon damit beschäftigt. Ihr habt viel miteinander geredet, aber es war eben die Rede und nicht. Genau, es war Theorie. Und du hast nicht gedrückt oder irgendwas verschoben und du hast dann gemerkt, ach stimmt, der, das stimmt, er hat recht. Was er da macht. Ich habe das, ich habe das zwar gesehen, weil es war für mich schon sehr, nee, ich wollte ja vorhin noch was sagen, dass ich eben aus einer ganz anderen Richtung komme, weil ich ja Ärztin bin und wir haben was ganz anderes gelernt. Wir haben nämlich gelernt, A, wenn du Schmerzen hast, dann ist irgendwas kaputt, geschädigt oder du hast eine Verletzung und noch was ganz, ganz wesentlich Wichtigeres, wenn du Schmerzen hast, schont dich, schont dich. Und der Roland ist gekommen, hat gesagt, hey Mädel, schont geht nicht. Und es hat er auch bei den ganzen Menschen schon gesagt, nicht schon, sondern in Bewegung kommen, mach bestimmte Übungen. Und da habe ich ja natürlich schon gesehen, dass sich da was bewegt. Und dann hat Roland auch damals schon angefangen bei mir in der Praxis, wenn ich da war, Schmerzpatienten zu behandeln, die gesagt haben, hey, ihr macht da was, weil wir haben da schon erzählt von, der Roland soll doch wirklich auch mal mich behandeln. Da habe ich das schon alles erlebt. Aber es ist ein Unterschied, ob du es erlebst bei anderen Leuten oder dann bei dir selbst und gerade beim Thema Hexenschuss, weil der macht dich ja einfach nur kirre, weil die Schmerzen sind, die sind unglaublich. Ihr benutzt ja das Wort Schmerz sehr universell und es gibt ja aber auch verschiedene Schmerzen, sage ich jetzt mal. Was ist eure Definition von Schmerz? Habt ihr die? Ja, also sagen wir so, bei uns geht es eigentlich um die Schmerzen, die heutzutage am meisten Menschen quälen. Und natürlich, wie gesagt, mit dem Hammer auf den Daumen, Schienbein anschlossen ist was anderes. Die Schmerzen, die scheinbar aus dem Nichts entstehen, die haben meist was mit dem Bewegungsabrat zu tun, mit dem Bewegungssystem. Und das ist so die Hauptsache, wie wir ihn verwenden und Leute verstehen es auch so. Also es ist körperlicher Schmerz, das heißt es zwickt irgendwo ein bisschen bis hin zu ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, es blockiert, es brennt, überlastete Muskeln muss man wissen, das fühlt sich an unserer Einschätzung nach wie ein entzündeter Nerv. Habe ich Stechen schon gesagt bei bestimmten Bewegungen, es sticht rein. Dumpf. Es ist ein dumpfes, unterschwelliges Grollen, also all diese Arten und eigentlich ist es sowieso, was bei uns die Sache sehr leicht macht, gerade wir machen ja auch, unser Hauptthema ist ja Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Menschen sich selbst helfen können. Und das Schöne ist, ich sage immer, weil es rufen ganz, ganz viele Menschen mal an die Fragen. Ich habe das und ich habe das und ich habe das, funktioniert das dabei. Wir sagen immer unisono, egal was für einen Schmerz du hast, probiere einfach sanft, so wie du dich fühlst, in die Übung zu gehen, guck, wie es sich anfühlt und dann wissen wir, dass in den meisten Fällen das Ganze aufgelöst wird und Linderung bringt. Also es gibt auch keinen Nachteil, das zu versuchen. Es ist keine Gefahr, da wird ja nichts verletzt oder sonst wie, es ist ja einfach nur ein Versuch und das schlechteste Ergebnis, das ungünstigste Ergebnis ist, dass es eben so bleibt, wie es vorher war. Also auch nicht schlimmer als vorher. Und dann sagen wir aber, und das immer wieder, dass die Leute das auch verinnerlichen, wenn du jetzt ein paar Tage deine Übung gemacht hast und es bewegt sich nichts, höchste Zeit zum Arzt zu gehen und zu gucken, weil vielleicht versteckt sich etwas dahinter, was eben nicht von den Muskeln und Faszien kommt. Genau und das ist auch der Stichpunkt, wir kümmern uns um den Schmerzen, der muskulär-faszial ausgelöst wird. Es gibt ja ganz viele verschiedene Theorien und Ansätzen und wir kümmern uns eben um die muskeln- und faszial-bedingten Schmerzen. Wir kommen später nochmal ein bisschen mehr zu Schmerzen. Ich würde natürlich ein bisschen verstehen wollen, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, weil das ist, ich habe schon ein bisschen was dazu gelesen, es ist ein relativ ungewöhnlicher Weg. Ich gucke dich direkt an, Roland. Bei dir ist es ein bisschen näher, wir haben schon so ein bisschen was gehört, zumindest eine Ärztin sitzt hier im Raum. Vor mir sitzt aber eigentlich Maschinenbauer, eher als jemand, der sich ganz klassisch um Schmerzen von Menschen kümmert. Eigentlich jemand, der Schmerzen bei Autos irgendwie wegmachen soll. Ja, bei Autos oder auch in der Kampfkunst halt vermeiden, dass mir jemand Schmerz zufügen kann. So, ja. Weil das war ja, ich habe ja Selbstverteidigung unterrichtet, ich habe ja, ich habe eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen, Fachricht und Maschinenbau studiert, habe das aber nicht abgeschlossen. Kurz vorm, kurz vorm Fertigwerden habe ich das Adapter gelegt und habe mein Hobby zum Beruf gemacht, nämlich die Kampfkunst und habe ein neues System damals gelernt, eine Lehrerausbildung richtig gemacht und habe dann eine eigene Schule in Frankfurt eröffnet, hatte da eben Leute in meinen Kursen drin. Ja, und dann kam ich dazu, ohne es eigentlich zu wollen oder auch geplant zu haben, weil die Petra war die Spezialistin für Schmerzen als Ärztin. Ich hatte damit nichts zu tun, außer halt vermeiden, dass welche zugefügt werden, ja. Und dann, ich muss dazu sagen, das ist… Aber auch selbst welche zufügen? Ja, um sich zu wehren letztendlich auch, um da jemanden zu stoppen. Ich hatte vor allen Dingen Frauen in den Kursen drin, das war damals so die Zeit, Frau werde ich, Mitte 80er, ja. Und es ging darum, wenn jemand angreift, mit sehr viel mehr Kraft und mit roher Gewalt, sich trotzdem wehren zu können. Natürlich dann auch den zu stoppen im Zufügen von Schmerzen, um sich halt vorm Angriff zu wehren. Und… Wie bist du zu dieser Kampf, also wie bist du zum Kampfsport gekommen? Ja, das fing schon ganz früh an. Ich habe mit neun Jahren, habe ich mit Judo begonnen. Und warum? Ich hatte Lust drauf. Ich hatte Lust drauf, es hat mir Spaß gemacht. Ich würde heute noch Eltern… War das Bruce Lee? Nee, das kam später. Okay. Nee, das kam später. Mit neun, nee, da war Bruce Lee weit weg. Da kann ich den Namen wahrscheinlich noch gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe dann damit angefangen. Und ich würde heute auch übrigens aus eigenem Leben, weiß ich das noch von damals, wenn Eltern ein Kind haben, so dem Alter, acht, neun, zehn die Kante, gerade Mädchen, finde ich total wichtig, sich der Körperlichkeit bewusst zu werden. Auch in Situationen, die unangenehmer sein können. Und das kann man da spielerisch total gut lernen. Was war das für ein Kampfsport? Das war Judo. Judo einfach. Judo, das ist ganz sanft eigentlich mit Anzügen, wo eigentlich nicht viel passieren kann. Ich meine, bei jedem Sport kann man sich mal irgendwie anschlagen oder so. Und das hat mir damals schon gefallen, weil das war so für mich so ein Kräftemessen, fitter werden, auf seinen Körper achten, merken, eine Technik wird besser. Also Kontakt mit dem Körper aufnehmen war das eigentlich. Und ich sage immer, wer viel Kontakt mit seinem Körper aufnehmen will, sehr intensiv, der sollte sich mal belegen, ob er nicht eine Kampfkunst macht. Was vernünftig ist, ja kein billiges Rumschlagen oder so. Was vernünftig ist mit Anspruch. Und dann kann man da sehr viel für sich selbst rausziehen. Nochmal ganz weit weg von der Selbstverteidigung nur das eigene Ansteuern, das eigene Wahrnehmen, das Umgehen mit sich selbst, Kraft einschätzen können und so weiter, Grenzen kennenlernen. Aber wird man auch dadurch so ein bisschen resilienter gegen Schmerz? Ja, denke ich schon. Weil man, klar, wenn man da Randuri am Boden macht, also im Bodenkampf, dann kriegt man mal einen Ellbogen in den Bauch oder irgendwas. Und dann merkt man auch, oh, ich bin nicht aus Porzellan, der Körper kann schon was aushalten. Und da bist du, also du hast dann angefangen mit Kampfsport, Kampfkunst und hast dann irgendwann deine eigene Schule gegründet. Ja, also es war dann so, ich habe Judo gemacht und Karate und Taekwondo und Kickboxen. Und dann kam ich irgendwann zu dem Winchung, nennt sich das. Chinesische Kampfkunst. Genau, genau. Eine sehr anspruchsvolle, wo es um feinste Bewegungen geht, um Nachgiebigkeiten der Muskeln, Faszien und so. Und das hat mich fasziniert. Und das war die Pusli-Schiene. Weil Pusli hatte das gelernt. Und mal ganz kurz, was ist der Unterschied zwischen Muskeln und Faszien? Also, die Muskeln sind die Motoren für die Bewegung eigentlich immer. Das, was sich zusammenzieht, bringt einen Knochen in Bewegung. Und die Faszien sind das Netzwerk, was praktisch dafür sorgt, dass der Muskel seine Form hat, bis hin zu jeder Zelle, die ihre Form hat. Also, die Faszien im Körper, ich sage immer, das ist so ein dreidimensionales Spinnennetz, was alles umschließt, alles verbindet. Wenn man die Faszien aus dem Körper entfernen würde, ja, dann würde der in sich zusammenfallen, wäre eine Wasserlache auf dem Boden. Also, wie so ein Superheldenanzug? Ja, aber, ja, Superheldenanzug ist ein sehr gutes Beispiel. Aber nicht nur außenrum, sondern auch innen drin. Ah, okay. Die Faszienforschung bedient sich immer eines Beispiels von so einer Mandarine oder von so einer Apfelsine. Ja, da sind noch diese weißen Fählchen, die alles durchziehen. Und das einzelne Stück der Frucht ist davon umschlossen und dann auch innen drin und so. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Verstehe. Also, die sind untrennbar verbunden. Ja, aber zu den Faszien gehört auch, vielleicht kennen diesen Begriff mehr Menschen, das Bindegewebe. Ja. Das gehört nämlich auch dazu. Und ich weiß, als ich noch studiert habe, da gab es noch gar keine Faszien in dem Sinne. Da gab es nur das Bindegewebe. Aber dann vor 20 Jahren oder so haben die angefangen mit der Faszienforschung. Und das ist grandios, was sie dort alles auch gesehen haben und wie wichtig Faszien sind und überhaupt. Ich wollte nur sagen, wenn Leute das nicht so ganz nachvollziehen können, das ist auch das gute alte Bindegewebe auch damit gemeint. Also, es gehört mit dazu. Ja. Okay. Ist eigentlich sogar, wird oft als Synonym verwendet. Es gibt feine Unterschiede, aber so für den normalen Hausgebrauch kann man es als Synonym verwenden. Also, wir sind da abgebogen kurz. Ich wollte es nur nochmal so klar haben, dass man das versteht. Also, wir sind in der Kampfsportschule und wir waren bei den Faszien und bei den Muskeln. Genau. Und ich wollte ja eigentlich Selbstzeitung unterrichten. Und dann häuften sich aber die Berichte, dass die Leute mich gefragt haben, Roland, ich hatte eigentlich mal mit dem Rücken Probleme. Die sind irgendwie besser geworden. Kann das sein? Oder mein Knie hat immer wehgetan bei bestimmten Bewegungen. Das hat sich verbessert. Ich merke es gar nicht mehr. Und das gipfelte dann darin, dass sogar auch Leute sagten, die schon älter waren, die sagten, Roland, mein Arzt hat mir eigentlich gesagt, ich soll keinen Kampfsport machen, aber ich wollte es trotzdem mal probieren, weil du machst hier vernünftige Sachen. Und ich habe auch Arthrose diagnostiziert. Und trotz der Arthrose ist der Schmerz besser. Wie kann denn das sein? Und das war für mich alles nur, ich wusste keine Antwort. Ich war ja nicht so ausgebildet. Und da habe ich die Ärzte und Physiose, die bei mir auch trainiert haben, gefragt. Und die haben alle gesagt, ja, das hängt bestimmt mit der Bewegung zusammen. Aber das war mir nicht genug. Und auch Petra hat gesagt, klar, hat irgendwas mit der Bewegung zu tun. Aber ich komme aus dem Maschinenbau. Und ich habe zwölf Semester Getriebe konstruiert und auf hundertstel Millimeter berechnet. Also ich will damit sagen, ich will es genauer wissen. So allgemein, das hat was mit Bewegung zu tun, langt mir nicht. Ich wollte wissen, was hat das mit Bewegung zu tun? Was genau muss eine Bewegung beinhalten, die mit den Schmerzen was verändert? Warum ist das so? Wie kommt das überhaupt zustande, das Bewegung, was mit Schmerzen zu tun hat? Das hat mich total fasziniert von Anfang an. Das sollte auch, glaube ich, irgendwie so sein. Und du bist dann nach Hause gegangen und hast gesagt, Petra, was ist hier los? Genau. Und Petra hat gesagt, keine Ahnung, ich kann es dir nicht erklären. Ich wusste es nicht. Interessant. Also obwohl du ja dann schon Medizinerin warst. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Weil ich habe bei mir einfach abgespeichert Schmerz, Verletzung und Schädigung. Und mehr gibt es da nicht und schon. Und jetzt soll es auf einmal was mit Bewegung zu tun haben. Das war für mich eine 180-Grad-Wende. Und das war ganz schwer, weil er schon was gesehen hat. Dann haben auch die Leute das erzählt, dass es ihnen besser geht. Das war nicht ganz so nachvollziehbar für mich erst mal. Und wir haben auch ganz viele Gespräche gehabt. Wir haben auch teilweise schon sehr bewegende Gespräche gehabt. Weil der Roland ist wirklich jemand. Das hat er auch eben noch mal betont. Der gibt sich nicht zufrieden mit so einer lapidaren Erklärung. Könnte vielleicht dieses oder jenes sein. Sondern er will es genau wissen. Und das hat dann, ist darin gemündet, dass Roland dann angefangen hat, tatsächlich funktionelle Anatomiebücher wirklich durchzuarbeiten. Nicht nur eins, nicht nur zwei, sondern die, die es gab. Von vorne bis hinten. Und das war dann schon ein Ding. Ich habe ja auch mal Anatomie studiert und habe auch mal über funktionelle Anatomie was gelernt. Aber er hat mich einfach überholt. Da wusste er dann viel, viel mehr als ich. Das war komisch wahrscheinlich. Ja, klar. Also vielleicht am Anfang war es ein bisschen komisch, weil ich gedacht habe, okay, ich bin doch eigentlich die Ärztin und wieso kommt er jetzt? Aber das war ganz schnell vorbei. Das war nur mal so ein Hauch von vielleicht, ach. Und was war das für ein Streit? Also wenn es eine Diskussion gab, was stand sich da gegenüber? War das das Schulmedizinische versus hier kommt einer mit Kampfkunst und sagt? Ja, eine Außenseite eigentlich keine Ahnung hat. Und ich meine, wir sind verheiratet, darf man nicht vergessen. Und da hat man ja auch so seine inhaltlichen Gebiete abgesteckt. Und sie war die Ärztin, zuständig für Schmerz. Ich überhaupt nicht. Und plötzlich sage ich dazu was und das war schon. Also es war nicht belastend irgendwie. War auch kein größeres Problem. War auch wirklich nie wirklich ein Problem zwischen uns. Also wegen dieses Problems, dass wir irgendwie gedacht haben, das geht nicht mehr, war nie. Aber wir haben uns schon gut ausgetauscht. Und das war auch wichtig so, weil nur damit sind wir auch auf Ideen gekommen und haben ein Erklärungsmodell entwickeln können. Nur weil wir wirklich so uns auseinandergesetzt haben mit dem Thema. Mir fällt eine Sache noch ein, die vielleicht das noch ein bisschen gut beschreibt. Weil ich habe ja auch viel zu tun gehabt mit Autoreparatur. Und ich habe immer schon, ich habe Fahrräder repariert. Ich war immer ein Bastler. Und wenn man so Sachen repariert und da ist was kaputt, dann macht man ja nicht, dass was kaputt ist, neu. Sondern man überlegt sich, warum ist denn das kaputt gegangen? Damit man nicht, wenn man was Neues einbaut, denselben Schaden gleich wieder hat. Und ich kann mich noch erinnern, ich war damals beim Bund, ich habe meine 18 Monate, waren es glaube ich damals, habe ich da verbracht und wollte keine Waffe in die Hand nehmen, war deswegen in der Instandsetzung. Und ich wusste auch, ich will irgendwas mit Maschinenbau studieren. Und dann kam ich da in diese Halle als Abiturient und als Bastler und da lag wirklich ein Haufen Motorräder in der Ecke irgendwo. Das waren bestimmt gefühlt acht, neun Motorräder. Und ich war ja Motorradfreak. Und ich habe gedacht, was ist denn mit den Motorrädern los? Warum liegen die denn so? Das ist so eine Schande. So schöne alte, was war die Firma? Ich weiß gar nicht mehr. Herkules, glaube ich, war das. Auf jeden Fall, es hat mich in den Fingern gejuckt, weil ich wollte wissen, was ist mit diesen Motorrädern. Da wurde mir gesagt, von diesem Oberfeldwebel, wer das war, ja, die kann man nicht mehr reparieren. Die müssen wir irgendwie dann wegwerfen. Und da habe ich gefragt, darf ich nach Feierabend mal versuchen, die zu reparieren? Und darf ich die dann auf dem Manövergelände Probefahren, wenn ich das schaffe? Und er guckte mich an und sagte, wenn du das schaffst, dann darfst du das. Und jetzt war ich motiviert. Und dann habe ich diese ganzen Motorräder repariert und habe dann Probefahrten auf dem Manövergelände gemacht, tagsüber. Weil es mich einfach fasziniert, Fehler zu suchen, die zu lösen und ein System, was nicht mehr geht, wieder in Gang zu setzen. Und das habe ich eigentlich dann später auf den Menschen übertragen, soweit es halt geht, weil ein Mensch ist ja keine Maschine. Und ich glaube, das war unsere Gemeinsamkeit, weil das war nämlich auch für mich, ich war ja niedergelassene Ärztin und habe das gemacht, was ich gelernt habe in der Uni und im Krankenhaus. Und das war letzten Endes eine reine Symptombehandlung. Und das hat mir irgendwann auch überhaupt nicht gelangt, weil ich gesagt habe, dafür hast du nicht Medizin studiert, weil ich wollte ja eigentlich Menschen wirklich helfen, wieder gesund zu werden. Und habe aber andere Sachen beobachtet, dass die Menschen nicht durch Medikamente unbedingt gesünder geworden sind. Und ich denke, dass das auch so dieser Schulterschluss war. Der Roland sucht nach Gründen, warum was ist und ich auch. Und dann haben wir uns gemeinsam auf die Suche nach dem Grund für muskulär-fasziale Schmerzen gemacht. Ja, ich würde es anders ausdrücken, ich würde sagen, nach dem Grund für Schmerzen, die muskulär-faszial bedingt sind. Okay. Weil das ist ein bisschen, ich würde das gerne erklären, weil das ist ein Unterschied, gell. Weil viele Menschen denken, muskulär-fasziale Schmerzen hätte immer nur was mit den Muskeln zu tun. Und wenn dann irgendwie vielleicht Meniskus angerissen ist, dann würde es dann nicht helfen, ja. Das stimmt aber nicht, weil wir haben viele Fälle, muss zwar alles noch bewiesen werden durch Studien, ja. Aber aus der Erfahrung wissen wir, dass in den allermeisten Fällen, wenn jemand Meniskus anderes hat und er die muskulär-fasziale Situation normalisiert, dass dann die Schmerzen weg sind. Deswegen ist mir dieser Unterschied so wichtig. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Du hast erst gesagt, ihr habt dann an einem gemeinsamen Erklärmodell geforscht. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, du hattest deine Kampfschule, du hattest deine Praxis in Frankfurt, zu Hause gab es jede Menge Anatomiebücher. Ja, kann ich dir genau erklären. Ja. Kann ich dir genau erklären, weil es war ganz pragmatisch. Es war kein bisschen theoretisch überlegt, sondern ich wollte einfach wissen, ich wusste, dass bestimmte Bewegungen Schmerzen lindern. Das war dann schon, soweit war das schon, gell. Und ich habe zwar Getriebe von innen gekannt. Ganz kurz, ich gehe da mal ganz kurz rein. Also bestimmte Bewegungen, also lass uns das mal in einem Beispiel festmachen. Also ein Schmerz und eine Bewegung. Also zum Beispiel, es gibt in der Kampfkunst eine Bewegung, muss ich halt jetzt beschreiben, weil man das ja nicht sieht im Podcast. Dann nimmt man die Arme vor die Brust und schlägt sie horizontal zur Seite, sodass sie auf Schulterhöhe praktisch zur Seite stehen. Und das ist so eine Abwehrbewegung, wenn zwei Gegner, einer da und einer dort kommen, kann man sich so frei machen und von denen sich wegdrücken dadurch. Und dann habe ich gemerkt, weil das irgendwann immer häufiger kam, dass das mit Schulterschmerzen was zu tun hat. Und dann war schon mal klar, aha, und dann wollte ich wissen, ja was ist denn hier drin? Wie gesagt, Getriebe kannte ich ja den menschlichen Körper nicht, also musste ich mir die Muskeln angucken. Und deswegen habe ich, wie Peter schon gesagt hat, Anatomiebücher studiert, weil ich wissen wollte, bei der Bewegung, was passiert denn da mit den Muskeln? Und eine Sache, die passiert ist zum Beispiel, dass der große Brustmuskel nachgeben muss. Und dann war schon klar, das könnte was mit dem großen Brustmuskel zu tun haben. Und dann ging es so weiter, dass ich gemerkt habe, also normalerweise in der Kampfkunst schlägt man nur zur Seite. Und dann fiel mir aber auf, habe ich auch selbst viel experimentiert und mit Leuten dann probiert, ja, ob das funktioniert, dass sie die Arme noch weiter nach hinten führen. Das heißt, über die seitliche Linie hinaus noch ein bisschen nach hinten. Dann dehnt das mehr und dann wurde der Effekt deutlich besser als vorher. Dann wusste ich, aha, das muss was damit zu tun haben oder könnte, sagen wir lieber könnte, ja. Das könnte was damit zu tun haben, dass der große Brustmuskel noch ein bisschen weiter gedehnt wird, also muss der vielleicht gedehnt werden. Und daraus ist, jetzt mache ich einen Zeitsprung, eine Übung entstanden, da stellt man sich mit den Armen zur Seite vor eine Ecke, vor eine Raumecke, bis die Hände an die Wand kommen und geht dann mit dem Brustkopf immer weiter nach vorne und dehnt das auf. Und das ist eine der Hauptübungen, um bei den meisten Schulterschmerzen gute Chancen zu haben, dass die Schmerzen runtergehen. Du gehst also über die Brust an die Schulter? Ja. Ja. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, auf die man jetzt nicht sofort kommt, würde ich sagen. Also, keine Ahnung, ja, aber für mich war es einfach nur ganz pragmatisch, analytisch vorgehen, was passiert da, das passiert, okay. Dann übertreiben wir es mal ein bisschen, gucken, was dann passiert und da wurde der Effekt immer besser und dann war klar. Und dann aber, nee, nee, spannend. Gut, dass du gefragt hast. Spannend, weil dann habe ich überlegt, warum ist es denn bei vielen Menschen offensichtlich so, dass dieser Brustmuskel zu kurz ist? Und dann fiel mir auf, aha, wie haben wir denn meistens die Arme? Wir haben die vor uns am Schreibtisch, auf der Tastatur. Wir essen in der Position, wir lesen ein Buch, eine Zeitung, ja, immer hier vorne. Wann bewegen wir denn mal die Arme so richtig weit nach hinten? Vielleicht, wenn wir im Kirschbaum sind und dann noch die letzte Kirsche erwischen wollen, ja. Aber wer macht denn das heute noch regelmäßig? Und dann wurde klar, die Alltagspositionierung der Arme, 45 Grad nach vorne und unten. Jetzt sind es auch alle so da jetzt. Ja, und das muss ausgeglichen werden. Und im Grunde genommen ist das schon die ganze Theorie. Und mit dieser Maßnahme können wir nach unserem Modell fast jeden Schmerz am Körper erklären. Das heißt, ihr guckt euch an, wie, oder ihr habt euch dann angeguckt in diesem Erklärmodell, wie sitzen Menschen da, was machen die den ganzen Teil? Zum Beispiel, ja. Jemand kommt mit einem bestimmten Schmerz und ihr guckt, okay, wie kann man dagegen steuern, damit das wieder ausgeglichen wird. Es geht eigentlich nur um Disbalance. Ja, es geht nur um Disbalance, wobei Disbalance oft anders verstanden wird. Oft versteht man darunter eine kräftemäßige Disbalance. Aber bei uns geht es eigentlich nur um Bewegungswinkel. Also jedes Gelenk hat Bewegungswinkel, die... Eingebaut sind, ja. Also es geht nicht um einen Muskelaufbau? Nee. Mhm. Indirekt ja, aber erstmal nein. Es geht darum, wie bewegen wir unsere Gelenke. Und wenn wir Gelenke, zum Beispiel das Schultergelenk, dann kann der Arm nach vorne genommen werden. Und er könnte vom Gelenkaufbau genauso gut nach hinten genommen werden. Machen wir aber so gut wie nicht. Müssen wir auch nicht. Aber wichtig, um dieses dauernde vorne sein auszugleichen, ist zumindest ein Stück nach hinten zu nehmen, um das so weit wieder auszugleichen, dass es halt von den Längen her funktioniert. Von der Winkeleinnahme. Also wir führen so gut wie jeden Schmerz, der heute, also abgesehen von diesen anderen Schmerzen, über die wir vorhin gesprochen haben, darauf zurück, dass bestimmte Gelenke nicht vollständig bewegt werden. Daraus resultieren Verkürzungen der Muskel und Faszien und auch Spannungserhöhungen der beteiligten Muskelgruppen. Und die lösen wir einfach auf. Okay. Und in den meisten Fällen haben wir damit einen guten Erfolg und vielleicht, um das gleich abzurunden noch, der Schmerz, der ausgelöst wird und eine Verletzung, eine strukturelle, eine Bandscheibe, die verletzt wird, die sich ausbeult, ein Knorpel, der abgenutzt wird, mehr als er wieder aufbauen kann. All diese Dinge, die laufen parallel. Und das war so der erste größere, Petra, auch Streitpunkt zwischen uns. Ja, weil ich habe dir gesagt, Petra, ich habe so oft jetzt erlebt, nach ein paar Jahren, ja, dass die Schmerzen, wenn überhaupt nur ganz wenig mit dem Zustand der Struktur zu tun haben. Aber Petra hatte gelernt, Schmerz immer Zustand der Struktur und von Muskeln und Faszien wusste sie gar nichts nach ihrem Studium. Ja, und das ist auch heute noch einer der Punkte, wo am meisten Erklärungsbedarf besteht bei denen, die das noch nicht so gelernt haben. Weil für die ist es eine ganz neue Idee, an die man sich gewöhnen muss. Aber ich kann dir halt, das ist der große Vorteil, so logisch erklären, dass es jedem nachvollziehbar ist. Gott sei Dank auch den normalen Menschen, die keine solchen Ausbildungen haben, weil die verstehen dann, was in ihrem Körper passiert. Na, welchen Punkt habt ihr euch dann aber entschieden zu sagen, okay, ich meine, ich habe das immer noch so, in meinem Kopf sind wir noch so irgendwo in den 80ern, wenn wir uns die Timeline angucken. Immer noch sozusagen, du Petra hast deine Praxis, der Mann kommt immer wieder nach Hause, hat neuste Sachen gesehen, glücklich angeguckt, hat hier was rausgefunden. Und irgendwann muss es ja den Moment gegeben haben, ich habe euch viel unterhalten, auch mal gestritten, wo man gesagt hat, irgendwie ist da mehr, als jetzt, dass ich jetzt weiter eine Kampfschule mache. Weil das ist ja alles immer noch so ein, ich stelle es mir vor wie so das Hobby vom Chef, so ein bisschen, oder die Leidenschaft vom Chef. Ganz ehrlich, ich habe zwar mein Geld verdient mit den Selbstverteidigungskursen, gell, aber mein Herz war schon längst bei diesen Schmerzgeschichten. Weil die Kampfkunst, die habe ich gelernt, die habe ich immer weitergemacht, habe die Unterricht, habe mich fortgebildet und so. Und das war toll, ja, hat mir total Spaß gemacht. Aber so dieses Feuer hatte ich eigentlich inzwischen für diesen Schmerz, weil ich gemerkt habe, weil ich hatte ja auch, ich hatte viele Ärzte und Physios als Schüler und Schülerinnen, ja. Und mit denen habe ich oft darüber gesprochen und ich dachte mir, es kann doch nicht wahr sein, dass nur ich da drauf gekommen bin. Ich meine, viele Physiotherapeuten machen ja viel mit Bewegung, gell, aber die waren auch teilweise einfach nur baff, wenn sie gemerkt haben, sie hatten so eine richtige Ausbildung. Ich, wie gesagt, der Kampfkunstlehrer, ja. Und dann drücke ich irgendwelche Punkte, beziehungsweise zeige irgendwelche Übungen und die Schmerzen sind besser oder weg. Das war auch für die eine völlig neue Welt. Und ich dachte mir, da ist so viel Potenzial, let's say, für die ganze Welt eigentlich, ja. Das müssen wir näher verfolgen. Das hat mich richtig gepackt, Petra Weißes. Also ich bin nach wie vor Feuer und Flamme dafür. Es gab ja bei der Bundeswehr, gab es ja quasi die Möhre, die vor dir hing, war ja, ich darf da mit den Motorrädern fahren. Ja, ja, genau. Das hat mir auch super Spaß gemacht. Und was ist hier die Motivation gewesen? Den Menschen zu helfen. Also wenn man es zwei, dreimal erlebt hat, ich hatte ja dann schon mal der Petra in der Praxis behandeln dürfen. Und wenn dann die Patienten, Patientinnen nach der Behandlung sagen, ihr Liebstverbrauch, darf ich sie in den Arm nehmen? Ja, weil das verändert Leben. Das verändert Leben. Wenn jemand chronische Schmerzen hat über Jahre hinweg und plötzlich hat er eine Möglichkeit, die loszuwerden, das verändert einfach Leben. Das macht glücklich. Was heißt das? Verändert Leben. Wenn jemand dauernd Schmerzen hat, das ist kein vollständiges Leben mehr, weil die besetzen einen. Die begleiten einen permanent. Also mindestens 50% der Energie sind weg, weil ich muss meinen Schmerz verwalten. Ich kann nicht einen Text schreiben, weil meine Konzentration wird durch den Schmerz abgelenkt. Ja, die Leute können auch teilweise dann nicht mehr arbeiten, weil sie einfach nicht mehr fähig sind, sich auf irgendwas zu konzentrieren. Und das können wir auflösen in vielen Fällen. Und ich wollte, dass das jeder Mensch weiß. Damals war mir das schon klar. Ja, dass er solche Größenordnungen annehmen könnte wie jetzt, bin ich super glücklich drüber. Aber das war damals überhaupt nicht absehbar, weil wir halt auch, wir sind auf Abwehr gestoßen, auf Desinteresse. Erzähl du nochmal, ist ja eh nichts dahinter und so. Ja, aber es hatte mich vollgepackt und mich bis heute nicht losgelassen. Ganz im Gegenteil, die Kurve geht nur hoch. Und in dieser Praxis, also bei dir in der Praxis, warum warst du dann in dieser Praxis? Also du meinst, du hast ja eigentlich eine Praxis für Ernährung. Also Allgemeinmedizin, das war am Anfang, aber dann habe ich natürlich auch meins gesucht und bin dann auf die Ernährungsmedizin gestoßen und habe die dann auch extrem verfolgt. Und das war auch ganz spannend, weil ich habe schon auch gesehen, dass bei der Ernährung Schmerzen zurückgegangen oder durch eine andere Ernährung Schmerzen zurückgegangen sind. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ach, da fehlt noch irgendwas. Und da war das ja für mich ganz naheliegend, dass das möglicherweise die Bewegungsübungen auch von Roland sein können. Und dann hat Roland, er darf ja in der Praxis arbeiten, wenn ich da bin und wenn ich sage, okay, ich weiß, was du machst, kann nur gut sein, also nichts Schlechtes, hat keine Downside. Und dann hat er bei mir in der Praxis einfach bei den Menschen tatsächlich die Schmerzen dadurch beseitigt, dass er die spezielle manuelle Therapie auch angewandt hat und die Bewegungsübungen gezeigt hat. Und es war einfach unglaublich gut, was da passiert ist. Aber es war trotzdem, es war nicht einfach, damit rauszugehen und zu sagen, wir haben... Also das wussten, ich meine, die Leute sind ja, keine Ahnung, da kommt jetzt Gisela und will eigentlich eine Ernährungsberatung. Nee, ich hatte ja auch eine ganz normale Praxis. Ich war Ärztin für Allgemeinmedizin. Weißt du, da kommen wirklich ganz viele. Und ich war noch so eine richtige Hausärztin. Also ich habe immer die ganzen Familien betreut. Und die haben dann auch mitgekriegt, was wir machen. Wir waren in einem kleinen Vorort von Frankfurt und das hat sich da schon so ein bisschen rumgesprochen. Und dann haben die dann auch gefragt, können wir nicht vielleicht das auch mal beim Roland versuchen? Weil ich habe nur Medikamente aufschreiben können. Ich habe auch Spritzen geben können. Aber das war ja auch für mich nicht befriedigend. Und deswegen war es natürlich toll, den Roland zu haben. Und der hat dann halt mitgeholfen. Und dann haben wir gesehen, was passiert. Und dann hat sich das weiterentwickelt, aber wirklich ganz, ganz langsam. Und wir sind auch nicht mit offenen Armen irgendwo empfangen worden, wenn wir gesagt haben, hey, wir haben, glaube ich, da was ganz Tolles entdeckt. Weil dieses Erklärungsmodell, das ist so leicht verständlich. Also auch wenn du dann noch deine Zeichnungen aufgemalt hast, wie das ist mit Hebelwirkungen und so weiter. Das kann man ganz easy an der Tafel zeigen. Und dann versteht es jeder, gerade beim Entstehen der Rückenschmerzen. Aber irgendwie hatten wir schon das Gefühl, das will eigentlich niemand. Aber warum? Das kann ich dir nicht sagen. Das war, glaube ich, zu neu und zu weit weg von dem Althergebrachten. Ich glaube, es war einfach eine, ich nenne es mal Überforderung jetzt. Ja, da kam ja auch dieses multimodale Schmerzmodell, kam zu der Zeit auch raus. Das waren einfach ganz viele Möglichkeiten, warum Schmerz entsteht, wie Schmerz entsteht. Und viele Möglichkeiten, was man dagegen machen kann. Ist ja auch alles gut, hat ja alles seine Berechtigung. Aber eigentlich hätte unser Modell da super gut reingepasst. Aber irgendwie sind für uns die Türen nicht aufgemacht worden. Da war ein Arzt dabei, ein Psychologe war dabei, ein Physiotherapeut, vielleicht noch ein Akupunkteur. So war das dann. Also man versuchte dann durch eine Vielzahl von Herangehensweisen das Problem in den Griff zu bekommen. Das war dieses multimodale Modell. Ich habe schon damals immer gesagt, auf den Ausbildungen auch, ich habe ja sehr viele Ärzte und Physiose und Heilpraktiker ausgebildet auch in den ganzen Jahren. Das fing dann später an, da kommen wir vielleicht noch zu. Und da habe ich damals schon gesagt, eigentlich, also nach meinem Erfahrungsstand, den ich damals hatte, wäre es für mich schon logisch gewesen, zu sagen, okay, wenn jetzt ein Mensch Schmerz hat, das Allerbeste, der versucht so eine harmlose Übung zu machen. Versucht es einfach. Wenn es klappt, weiß er, das ist mein Weg. Dann kann er es vertiefen und weitermachen regelmäßig. Wenn es nicht klappt, kann man den anderen Weg gehen. Das war damals schon unsere Idee. Und wenn ich mir überlege, was das für Zeit, Arbeit in den Arztpraxen, Geld der Krankenversicherung und Leid sparen würde und Angst nehmen würde. Es macht uns inzwischen so viel Spaß, die Angst zu nehmen. Weil ich kann mit einem guten Gefühl sagen, die Masse der Schmerzen, nicht alle, es gibt Ausnahmen, ja. Aber die Masse der Schmerzen sind nichts Schlimmes, sind was Positives. Dein Körper spricht mit dir, kamen wir vorhin schon drauf, ja. Und das dreht bei den Leuten natürlich sofort auch mal eine ganze Situation um. Weil man muss sich vorstellen, wenn es stimmt, was wir behaupten, wir sind davon überzeugt, aber es muss halt noch durch Studien bewiesen werden, ja. Wir sagen ja, die Muskelspannung, der Zug der Muskeln, der zu groß wird, drückt quasi aufs Gelenk. Ich vereinfache es jetzt, bis der Körper sich wehrt, weil er merkt, oh, da wird das Gelenk überbelastet, Arthrose entsteht. Und da muss ich was tun, um das Gelenk zu schützen. Und dann projiziert das Gehirn einen Schmerz genau dort hinein. Und deswegen haben wir den auch Alarmschmerz genannt, um klarzumachen, ist kein Schädigungsschmerz, ist ein Alarmschmerz, ein Alarm, wie die Alarmanlage, die waren, da kommt ein Einbrecher jetzt, ja. So, und wenn jetzt jemand einen Schmerz im Ellbogen hat, was passiert dann? Der hat Angst, was ist mit meinem Ellbogen? Ist mit der Sehne was? Ist da irgendwie Arthrose drin? Habe ich da eine Verletzung oder ist da was Schlimmes? Ist er entzündet, ja? Was macht das? Das verstärkt die Spannung, weil das ist Stress. Und Stress macht die Muskeln noch mehr kontraktil, also die ziehen noch mehr. Das heißt, das ist so ein Negativkreislauf, der da entsteht. Jetzt kommt der Roland und die Petra und sagen, hey, dein Ellbogenschmerz, mach doch mal die Übung. Dann merkt er, oh, das wird besser. Dann merkt er, oh, der Schmerz, der ist ja gar nicht so schlimm. Und wenn ich die Übung mache, dann wird er weniger. Ich kann was dagegen tun. Also das entspannt insgesamt, weil ich verliere meine Angst, meine Befürchtung, da ist was Schlimmes geht weg, ja? Wir drehen das um 180 Grad um. Also das ist ja genau das, also das hast du erst auch schon gesagt, Petra, genau. Man hat jetzt irgendwie, es tut irgendwo etwas weh und dann sagt man, okay, das muss ich jetzt dann nicht mehr rangehen. Also ich habe steifen Nacken, stillhalten und nicht weitermachen. Ich würde gerne noch, also wir sind einmal so, weil du aus der Ernährung kommst und du hast auch schon gesagt, das hat natürlich auch was damit zu tun. Das würde ich gerne noch verstehen. Wie hat eine Ernährung, also wenn wir jetzt bei diesem Schmerz bleiben, wir haben vielleicht einen Gelenkschmerz. Oder du wolltest noch was anderes sagen? Nee. Aber wie, welche Rolle spielt Ernährung bei körperlichen Schmerzen? Also ich glaube, man kann ganz einfach sagen, alles was dem Körper nicht gut tut, bringt die Muskulatur in mehr Anspannung. Alles was dem Körper. Habe ich gerade einen Kaffee getrunken? Ich habe gerade einen Kaffee getrunken und würdest du sagen, das könnte? Das kommt ganz drauf an. Also wenn du jetzt Kaffee trinkst, weil du Kaffee liebst und damit fühlst du dich glücklich, dann entspannst du. Wenn du aber Kaffee trinkst, weil du musst jetzt Kaffee trinken, damit du nicht einschläfst, weil das vielleicht zu langweilig ist hier oder so mit uns, dann wäre das natürlich nicht gut. Gut, aber wie gesagt, alles was uns gut tut, entspannt, das kennen wir doch. Wenn wir Stress haben, sind wir angespannt, wir ziehen die Schultern hoch, also brauchen wir gar nicht zu fragen. Aber auch wenn es kalt ist, sind wir angespannt, also weil wir fühlen uns wohler, wenn es warm ist. Deswegen gehen auch Menschen, die Schmerzen haben, im Übrigen gerne in warme Länder überwinter, damit sie nicht so viele Schmerzen haben. Das ist alles ganz einfach und klar, wenn die Ernährung eine für den Körper gesunde Ernährung ist, was er eigentlich braucht, weil es durch die Evolution auch so bei ihm verankert ist, dann entspannt er auch dadurch. Das heißt also, du kannst wirklich alles erklären, alles was dir gut tut, entspannt dich, reduziert deine Schmerzen und jetzt kommt's. Und das ist auch immer das, was ich so gewollt habe und mir gewünscht habe. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Endlich hast du was in der Hand, jeder hat was in der Hand, was er selbst machen kann. Er ist auch nicht mehr darauf angewiesen, vielleicht irgendwie sich eine Beratung zu holen, wenn es damit weggeht. Natürlich, wenn es irgendwie schwierig ist, natürlich zum Arzt gehen. Ich bin ja Ärztin und deswegen bin ich ja auch da, dass man mich fragen kann. Aber wie toll ist es denn, dass wir die Möglichkeit haben, uns selbst zu helfen, eben mit bestimmten Übungen, wenn wir wissen, wo es herkommt und was wir dagegen tun können. Ich bin mal kurz Devil's Advocate zum Thema Ernährung. Jetzt könnte ich ja zum Beispiel sagen, und das trifft auch zu, ich liebe so eine Tafel Schokolade und ich liebe Kuchen und ich finde auch, weißt du wie sehr ich bringe jetzt Liebe. Und wenn ich dann bringe jetzt, wenn ich so eine Chips, dann abends Fernsehgucken auf dem Sofa, dann eine Tüte Chips, dann denke ich auch, jetzt ist die eine Tüte schon alle, meine Frau hat ja mitgegessen, holen wir noch die zweite, das entspannt mich total. Also eigentlich entspannt es mich, aber eigentlich jetzt, ich würde behaupten, also so viel weiß ich schon, das ist jetzt nicht so super gesund. Also vielleicht entspannt es dich in dem Moment, wo du es isst, aber es hat dann schon später wahrscheinlich doch Auswirkungen auf deinen gesamten Körper und es ist nicht so dolle. Also zu der Tafel Schokolade muss ich dir sagen, also wir wissen schon, dass Kakao richtig gesund ist, wegen der sekundären Pflanzenstoffe, die im Kakao enthalten sind. Die sind nämlich auch anti-entzündlich zum Beispiel. Also von daher, deine Schokolade ist gut, die ist im Nachhinein auch gut, kommt nur drauf an, was in dieser Schokolade ist. Ist es denn eine Vollmilchschokolade mit ganz viel Zucker oder ist es vielleicht auch eine Bitterschokolade mit ganz viel Kakaoanteil? Also Schokolade darf ich weiter essen, Chips? Ja, es ist einfach nicht wirklich so dolle, weil da sind halt Fette drin, gesättigte Fette meist und die sind einfach nicht gut. Aber das weißt du. Weißt du, uns geht es auch gar nicht darum, jetzt zu sagen, oder mir geht es nicht darum zu sagen, weißt du, Matze, hör auf damit, es tut dir nicht gut. Gut. Ich sag dir, überleg dir doch mal, ob du vielleicht irgendwann mal darüber nachdenken willst, ob du anstatt diese Pringles oder wie du die nennst, diese Teile da. Super, dass du nicht weißt, was es ist. Das finde ich sehr sympathisch. Roland zumindest weiß es. Ich war zu oft in Hotelzimmern, wo die Dinge herumstehen. Ah, okay. Ob du nicht vielleicht dich doch mal mit Nüssen anfreunden könntest? Also es geht einfach nur darum, die Info zu geben und dann kann jeder entscheiden. Aber ich, das fordere ich schon, dass Gesundheitsinformationen rausgegeben werden für jeden. Und dann kann derjenige entscheiden, was er damit machen will. Und so ist es auch klar beim Thema Schmerz im Übrigen. Wir würden gerne jedem erklären, wie es funktioniert, warum Schmerzen entstehen, was er dagegen tun kann. Und dann kann derjenige das ausprobieren. Er muss gar nichts. Er kann. Und ich finde, das ist eine Verpflichtung, die ich als Ärztin auf jeden Fall habe. Und dann kann ja die Hilfe zur Selbsthilfe greifen oder eben auch nicht. Ich möchte noch einen Punkt bei Schmerzen ansprechen. Und zwar, es ist die Psyche. Sehr gute Frage. Ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Schweigeretreat gemacht. Zehn Tage schweigen, sitzen, meditieren den ganzen Tag wie Passana. Und ich erinnere mich, dass ich, das war 8. oder 9. Tag, unendliche Knieschmerzen hatte. Also es war kaum auszuhalten. Eine Stunde ruhig sitzen. Ich dachte, mir fällt der Fuß gleich ab. Eines der schlimmsten Schmerzerlebnisse, die ich so bis jetzt hatte. Und am letzten Tag war es dann möglich, dass wir miteinander sprechen können, die Teilnehmenden aus dem Vipassana-Kurs. Und diese Schmerzen kannten alle. Bei dem einen war es das Knie, bei dem anderen war es der Oberkörper. Jeder hatte irgendwie Schmerzen. Wir haben darüber gesprochen und haben uns wieder hingesetzt, genau die gleiche Nummer, eine Stunde still sitzen, nicht bewegen. Und der Schmerz war weg. Und das fand ich, es ist nach wie vor total faszinierend für mich, dass es sozusagen, der Körper redet mir etwas ein. Da ist ein Schmerz oder vielleicht auch nicht, aber ich konnte es mir noch nie so richtig erklären. Und jetzt vielleicht. Ich mache mal einen Versuch. Ich mache mal einen Versuch. Und zwar, wir wissen, das sind bei uns die indirekten Faktoren der Schmerzentstehung. Um das ein bisschen zu sortieren. Ja, gerne. Ich bin ja der Techniker, der sortiert. Ich warte seit 20 Jahren auf die Antwort. Und zwar, die Ernährung macht einen Muskeltonus hoch oder runter. Und Umweltbelastungen machen das auch. Wenn der Körper sich gestresst fühlt, dann geht eine Spannung hoch. Wenn es ein angenehmes Raumgefühl ist, dann geht sie runter. Und die Psyche, natürlich spielt die Psyche eine Riesenrolle bei Schmerzen. Unsere Erklärung dazu ist eine ganz einfache. Peter hat es vorhin schon angedeutet. Ich muss dazu noch ein kleines Bild malen, um das Verständnis zu verbessern. Stellt euch alle mal einen See vor. Der hat eine Wasseroberfläche, das ist die Schmerzgrenze. Und unten ist der Grund des Sees. Und es ging bei dir ums Knie. Wir machen ein Bild einer Gelenkkugel Knie, die in diesem Schmerzsee irgendwo eine Position hat, von unten am Grund bis oben zur Wasseroberfläche. Wenn diese Gelenkkugel Knie unten am Grund ist, dann bedeutet das, dass die Muskeln und Faszien um das Kniegelenk herum sich pudelwohl fühlen. Die geben nach, die haben die richtige Spannung, das Gelenk ist nicht überbelastet. Alles gut. Jetzt machen wir einseitige Bewegungen. Zum Beispiel, dass wir nie tiefer in die Hocke gehen, weil das hier nicht so gemacht wird. Was auch immer jetzt. Egal eigentlich was. Die Spannung geht immer höher. Das heißt, die Gelenkkugel steigt in dem See immer höher Richtung Schmerz. Diese Spannungszunahme merken die meisten Menschen nicht. Irgendwann ist die Kugel dicht vor der Schmerzgrenze. Und die Schmerzgrenze, die definieren wir als die Grenze, wo der Körper sagt, jetzt muss ich den Besitzer dieses Körpers warnen. Wenn er so weitermacht, dann ist es nicht gut fürs Knie. Jetzt stell dir vor, du bist mit deiner Kugel relativ weit oben. Die meisten Menschen sind das heute bei der Art und Weise, wie wir leben. Das ist unsere Einschätzung. Und jetzt setzt du dich in so einen Sitz, den du erstmal in dieser Länge nicht gewohnt bist. Und jetzt sitzt du da und nach 10 Minuten fängt an, dein Knie weh zu tun, weil über den Stress des Sitzens, die Position, die du gewohnt bist, steigt die Spannung ein bisschen höher. Es geht in den Schmerz rein. Jetzt kriegst du richtig Stress, weil jetzt denkst du dir, es sind von der Stunde erst meinetwegen, keine Ahnung, 30 Prozent rum. Wie soll ich denn das aushalten? Was macht diese Angst? Die treibt es noch weiter nach oben. Und dann geht es bis dorthin, dass du, obwohl du ja an dem Knie nichts änderst, da geht ja nichts kaputt. Da entzündet sich ja auch nichts. Das Knie ist ja genau das Gleiche. Also warum tut es immer mehr weh? Weil die Spannung steigt. Und das hat dich total in den Schmerz reingebracht. So, dann, nächster Tag hast du dir erzählt. Ich würde es gerne noch ergänzen. Vielleicht in deiner Schweigezeit, gerade in dieser Zeit, ist dir irgendwas begegnet zu dieser Zeit, was hochgekommen ist. Ja, ja, voll. Ja, eben drum. Was passiert, wenn irgendwie alte Dinge hochkommen, Traumata hochkommen? Was macht das mit der Muskulatur? Es spannt Muskulatur vermehrt an. So, und dann hast du gesagt, am nächsten, also ich habe dann anschließend darüber geredet und jeder hatte irgendwelche Schmerzen. Man sitzt ja in diesem Raum und denkt, man macht so die Augen auf und denkt, man denkt sich, also ich habe mir gedacht, scheiße, es tut mir total weh. Guck in dem Raum rum. Aber alle sitzen da und ich denke, niemand tut irgendwas weh. Ich bin der Einzige. Und was hat das gemacht? Noch mehr den Schmerz. Und meine Vermutung ist, dass er einen Tag später… Ja, aber ich war noch gar nicht fertig. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, ihr habt dann darüber gesprochen. Und vielleicht hast du auch über deinen Moment gesprochen, was du da gelebt hast oder erlebt hast, als du diesen Schmerz bekommen hast. Und du hast ihn vielleicht dadurch, indem du das ausgesprochen hast, hast du auch einfach ein Bild gehabt oder eine Lösung oder irgendeine Erklärung und da ist dein Muskeltonus runtergegangen. Könnte sein. Ja, weil du eine Erklärung gefunden hast für den Augenblick. Ich weiß es jetzt nicht, was da war. Und dann hast du dich am nächsten Tag dorthin gesetzt und dann war dieser Schmerz weg, weil diese Gelenkkugel insgesamt ein ganzes Stück runtergegangen ist, weil du nicht mehr diese Anspannung hattest. Man kann es auch auf einer anderen Ebene darstellen. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Man kann sagen, der erste Tag, da bist du in eine Dehnungssituation rein, die deinen Körper überfordert hat, wo sich der Stress immer weiter aufgebaut hat. Aber du hattest ja deinen Dehnungseinfluss. Und einen Tag später war der Dehnungseinfluss natürlich noch vorhanden. Das ist das, was die B3 gemeint hat, Kugel weiter unten. Das Trauma, was hochgekommen ist, was für Muskelspannungen sorgt, so sagt unsere Erfahrung. Das war vielleicht auch durch das Gespräch abgearbeitet. Und du wusstest vor allen Dingen, allen im Raum geht es genauso wie dir. Und du bist nicht der Einzige. Und auch das entspannt. Und das zusammen alles, das hat diesen Effekt gemacht. Das wäre unsere Erklärung. Das macht Sinn. Also das ist das, was man eigentlich dann auch psychosomatisch nennt eigentlich, oder? Ja, klar. Die Psyche macht Schmerzen. Aber unsere Erklärung ist halt, dass nicht die Psyche selbst wehtut, sondern die Psyche sorgt dafür, dass die Spannung höher geht oder tiefer geht. So erklären wir den psychischen Schmerz. Also es gibt es ja auch, wenn man Tinnitus hat oder sowas. Dass man, das ist auch für viele sagen, das ist irgendwie, hat was damit zu tun. Oder auch alle möglichen anderen Sachen, es zwickt irgendwo, dass es irgendwo herkommt. Eine bekannte Sängerin, die auch schon bei Judith Holofernes, die konnte plötzlich nicht mehr auftreten. Also die hatte so dolle Knieschmerzen und es war aber gar nichts passiert. Ja, ja. Und die konnte sich auf der Bühne eigentlich nicht mehr bewegen, weil, keine Ahnung warum. Genau, wegen irgendeiner Begründung oder aus irgendeinem Grund hat die Spannung nach oben gebracht. Da hätte man auch Aufnahmen machen können und Bilder machen können, man hätte nichts gesehen, weil die Spannung ist auf diesen Aufnahmen nicht zu sehen. Ja, also scheinbar ohne Grund kommt dann was. Aber unsere Erklärung, unser Beitrag dazu ist die Muskelspannung. Das macht in meinem Kopf viel Sinn. Vielen herzlichen Dank, da habe ich einen Haken, kann ich hier schon mal machen. Wunderbar. Welche Rolle spielt die Psyche in eurer Praxis, in eurem Tun? Also jetzt haben wir so ein bisschen überlegt, was es so sein kann, aber vielleicht spielen wir es mal so fern durch. Ich komme zu euch in die Praxis und sage, ich habe sowieso Skoliose, Kyphose sowieso ein bisschen vorgeschädigt und ich sage, es tut weh, es tut oben rechts tut es weh. Wir gehen da ganz pragmatisch dran. Ganz pragmatisch. Wir gehen an den Ort des Geschehens und für diesen Ort gibt es bestimmte Punkte, wenn man therapiert oder auch Übungen, wenn man selbst macht, die diesen Ort entspannen. Und das Interessante ist jetzt, das ist eine umstrittene Theorie, die auch in der Psychologie teilweise verbreitet ist bei Psychotherapeuten, dass Traumen, die man psychisch erlebt, für eine Verspannung, für eine Anspannung bestimmter Muskeln sorgen. Aber das ist nicht eine Einbahnstraße. Also die Psyche kann Muskeln verspannen, aber die Muskeln können auch dafür sorgen, dass die Psyche sich wieder entspannt. Und die Muskeln aber auch verspannt. Ja, beides. Ein verspannter Muskel ist ein Stress im Kopf. Ein entspannter Muskel weiß man aus der Meditation. Ich hole mich da psychisch runter und mein Körper entspannt. Ich kann auch meinen Körper entspannen und das holt mich psychisch runter. Also das ist untrennbar verbunden. Und insofern bei einem normalen Schmerz, ja, also wenn jetzt ein Patient kommt, der ein Trauma erlebt hat, ganz, ganz schlimm, Verlust und was weiß ich, dann kann man auch gleich gucken, ob man das sich parallel vom Gesprächstherapeuten mit bearbeiten lässt, ja. Aber bei vielen Schmerzen, wo sowas erstmal nicht im Vordergrund steht, versuchen wir den Schmerz zu beseitigen, auf der muskulär-faszialen Ebene, meist mit Erfolg. Und das Spannende ist, ich werde es nie vergessen. Ich habe mal irgendwann eine Patientin gehabt und ich wusste, die hat Probleme in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe. Aber das war nicht Thema. Die hatte Rückenschmerzen. Und ich habe die behandelt und plötzlich, vielleicht erinnert es sich noch daran, Peter, plötzlich ein Schrei. Also wenn es einen Urschrei gibt, dann war das ein Urschrei. Ich habe das noch nie gehört. Ich bin total erschrocken. Ich dachte, die Nachbarn holen jetzt die Polizei, weil sie denken, da ist was Schlimmes passiert. Und dann hat sich dadurch, dass ich die Muskelspannung gelöst habe, das so geäußert, dass dieser Schrei da rausging. Und ich habe dann, ja, ich war völlig erschrocken, ja, und habe dann gesagt, du, soll ich weitermachen? Und die hatten dann gesagt, ich fühle mich so wohl, bitte weitermachen. Also das ist, aber viele, viele, viele können das nicht so nachvollziehen, gell. Es kann auch sein, dass wir uns da irren. Muss vielleicht auch mal irgendwie auf dem Prüfstand wissenschaftlich, ja. Aber für mich persönlich steht es fest, das ist verbunden. Und insofern, wegen deiner Frage mit der Psyche, wenn man körperlich arbeitet, beeinflusst man auch automatisch die Psyche mit. Und wenn es nicht langt, durch das manuelle Arbeiten, durch die Bewegungsübungen, kann man Gesprächstherapeuten dazunehmen und das dann gemeinsam. Wir hatten ja auch mal, oder wir haben eigentlich noch eine Psychologe in der Praxis, die das dann mit betreut. Aber bleiben wir mal bei dem, vielleicht war es auch kein Trauma, was bei mir war, sondern ich komme ja wirklich in eure Praxis, Bad Homburg, ist das oder ist es in Frankfurt? Ich würde mal nach Bad Homburg kommen, würde sagen, hier, guck doch mal, was ist hier los? Also wie geht ihr dann vor? Also wie kann ich mir so ein Ankommen in der Praxis bei euch vorstellen? Also es kommt darauf an, du hast ja Schmerzen und willst ja dann zu einem von unseren Schmerztherapeuten, ja, das ist tatsächlich, ist das eine systematisierte Behandlung, die abläuft. Also es wird sich einfach auf deinen Schmerz fokussiert. Aber ich denke, da du das ja alles erarbeitet hast, solltest du auch erzählen, wie das dann abläuft. Weil, ja, mach du das, weil ich bin, also wenn Leute zu mir kommen, da geht es meistens um die Ernährung oder um irgendeine Krankheit und das ist dann schon ein bisschen anders bei mir. Aber es geht ja jetzt um den Schmerz, ne? Und da gibt es aber auch zwei verschiedene Praxen, um das richtig zu verstehen? Nein, es gibt nicht verschiedene Praxen, sondern wir haben einmal, wir bieten einmal die Schmerztherapie an und wir bieten aber auch eine ganz normale medizinische Ernährungsberatung. Aber die Allgemeinmedizin, das heißt hier Kind und Mama und Papa kommen zu dir, das machst du nicht mehr? Ja, es kommen auch, Mama und Papa und Kinder kommen schon, aber ich habe diese Kassenarztpraxis schon vor langer Zeit aufgegeben und habe eine Privatarztpraxis gemacht. Und da kommen halt die Leute, die auch Zeit mit mir verbringen möchten, weil sie ein größeres Thema haben. Und das war auch der Grund, warum ich damals mich dafür entschieden habe, eine private Praxis zu machen. Ah, verstehe. Aber bei uns gibt es beides, ja? Bei uns wird Schmerztherapie angeboten und Ernährungstherapie, aber auch alles, was dazu gehört. Verstehe. Also ich komme zu dir, vielleicht bin ich bei dir im Behandlungsraum und ich stehe jetzt vor dir. Wie geht es dann weiter? Das ist ganz spannend, weil dann frage ich dich erstmal, kannst du deinen Schmerz auslösen? Was meine ich damit? Die wenigsten Patienten haben den Schmerz direkt in jeder Körperhaltung, das gibt es auch, dann wird es noch einfacher. Aber die meisten sagen, ja, momentan merke ich den gar nicht. Und dann frage ich, rufen doch mal hervor. Dann gucken die mich immer an, warum soll ich meinen Schmerz auslösen? Dann erkläre ich Ihnen, weil ich möchte gerne, dass Sie als Patient vergleichen können, das Gefühl vorher und das Gefühl nachher, damit Sie gleich wissen, ob diese Behandlung was gebracht hat, ob da eine Wirksamkeit war. Und dann basteln wir rum, bis wir die Position haben. Das kann eine Position sein des Körpers, das kann eine Belastung sein, dass er vielleicht einen Stuhl anhebt, irgendetwas in dieser Art und es wird festgelegt. Dann wird sogar ein Foto davon gemacht, dass es hinterher genau vergleichbar ist mit vorher. Und dann ist sozusagen die Grundlage für die Schmerztherapie geschaffen. Und dann wird er mit der Osteopressur behandelt. Und die Osteopressur kann man sich so vorstellen, viele kennen bestimmt Akkupressur oder Trigger-Points oder sowas. So ähnlich ist es auch, aber es geht auf die Knochen bei uns. Wir haben die Knochen zum Ziel, weil sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte muss man sagen, rauskristallisiert hat, dass am Knochen Rezeptoren sind, die sogenannten interstitiellen Rezeptoren, das sind freie Nervenenden, die, so sagen wir nach unserem Erklärungsmodell, als Alarmschmerzrezeptoren geschaltet sind. Was bedeutet das? Wenn man da gegen den Knochen drückt, ist der sehr schmerzempfindlich. Wenn man dann länger drauf drückt, lässt diese Schmerzempfindlichkeit nach. Warum? Weil, so unsere Theorie, wie gesagt, muss noch bewiesen werden, dass diese Rezeptoren direkt ins Gehirn schalten und dort die Spannung der Muskeln resetten können. In den Normalzustand. Man kennt das von Elektrogeräten. Man zieht einen Stecker oder Computer vielleicht, der ist abgestürzt, will nicht mehr, Stecker raus, wieder neu hochfahren, plötzlich geht er wieder. So kann man sich das vorstellen. Wir sind dazu in der Lage, so unser Modell, dass wir bei einem bestimmten Schmerz genau die Punkte wissen, die mit den Muskeln zusammenhängen, die diesen Schmerz auslösen, drücken diese Punkte, das dauert so 20, maximal 30 Minuten. So schnell geht das, weil da muss ja keine Struktur verändert werden, da muss ja nur die Programmierung verändert werden, wie beim Computer eigentlich. Ja, ich lösche da ein paar Programme oder so, könnte man vielleicht sagen. Das geht ja auch schnell, weil es auf dieser Programmier-Ebene halt ist. So, und danach lässt man den Panzerten oder dich in dem Fall, du stellst dich hin, ich lasse dich drei Runden um die Bank laufen, damit der Körper das normalisieren kann, was er da erlebt hat jetzt, weil der ist ganz anders eingestellt von den Muskelspannungen her. Dann gehen wir in die Vergleichsposition. Ganz kurz, bei diesem Drücken, du drückst dann auf dieser Stelle, wo es weh tut? Nee, ganz selten ist mal übereinstimmend der Punkt, aber meistens sind es andere Punkte. Ich drücke an Punkte, wo die Muskeln, von denen ich weiß, über die Bewegungsübungen, dass dort die Ursache ist, wo die Muskeln in den Knochen gehen. Verstehe. Und dort kann ich dann exakt diese Muskeln beeinflussen. Das ist wie, als würde ich sie dehnen, ohne dass ich mich dehnen muss. Also die ändern ihren Spannungszustand. Jetzt verstehe ich, das heißt, es ist ja ganz oft beim Massage oder so, dann sagt man ja, ja, drück mal da drauf und man geht dann sozusagen in diesen Schmerz rein. So dachte ich jetzt gerade, ist es, aber so ist es gar nicht. Nein, so ist es nicht. Das ist ein bisschen wie, was wir erst hatten, wo man sozusagen, das tut hinten am Rücken weh, man geht aber über die Brustmuskulatur. Genau, genau. Also lustigerweise bei Rückenschmerzen fange ich vorne an zu arbeiten. Da wundern sich die meisten Patienten. Mein Rücken tut doch weh. Ja, trotzdem bitte auf den Rücken legen. Wir beseitigen erst mal die Ursache. Weil ich halt weiß, nach unserer Theorie, dass die Ursache für die Schmerzen am Rücken vorne sind und nicht hinten. Okay, also jetzt habe ich es verstanden. Dann laufe ich nochmal dreimal rum um die Bank. Und dann bringe ich dich genau in die Position, die wir vorher probiert hatten, bringe dich genau da rein und frage dich, wenn du vorher den Schmerz zu 100% gespürt hast, wie viel spürst du denn jetzt noch? Und ich traue es mich kaum zu sagen, aber meistens sagt er dann in der Position, ich merke gar nichts mehr. Egal wie lange der Schmerz schon existiert. Oder er sagt halt, ich merke noch 30% oder ich merke noch 50%, dann drücke ich vielleicht mal nach. Also was ich sagen kann aus wirklich jetzt, wie lange ist das jetzt genau? Also letztendlich 30 Jahre sind es mindestens, aus der Erfahrung heraus, dass wenn bei der ersten Behandlung ein Schmerz von 100 runtergeht, dann landet er bei 0 bis 30. Selten bei 70 oder 80, weil entweder es funktioniert, dann geht der Schmerz runter oder es funktioniert nicht. Warnung, ja, Warnung, wirklich, weil Petra kennt den Fall, das war der erste Fall bei uns. Da kam ein Patient zur Petra und der hatte BWS-Schmerzen, also Brustwirbelsäulenschmerzen. Und ich war gerade unten frei und du hast ihn runtergeschickt zu mir und erst genau geguckt, mir gesagt, was ich machen soll, wie das so sein muss, habe den behandelt. Und ich habe beim Behandeln schon gemerkt, da ist was komisch. Weil ich bin gewohnt, wenn ich auf die Punkte gehe, dann schalten die runter und das hat man irgendwann im Gefühl nach Jahren, ja. Aber bei dem, das war irgendwie diffus. Und da habe ich dem gesagt, und zwar hat sich auch nicht viel bewegt, der hat hinterher gesagt, naja, 80 Prozent sind noch da und 20 Prozent runter, das kann auch ein Verwechseln sein, wo der vielleicht sich nicht einschätzen kann, war mir viel zu wenig. Da habe ich dem gesagt, bitte gehen Sie hoch zu meiner Frau und sagen Sie einen schönen Gruß. Ich bin unsicher, da stimmt irgendwas nicht. Und Petra hat ihn ganz ... Also es war so, es war nicht der erste Patient, aber es war der erste Patient, bei dem die Therapie einfach nicht so geholfen hat, wie wir das gewohnt waren. Und dann ist er nochmal zu mir gekommen. Und dann habe ich einfach nachgefragt, noch mehr Fakten abgefragt. Und dann war mir eigentlich klar, sofort klar, wo ich ihn hinschicken musste, nämlich zum Kardiologen. Weil ich einfach gedacht habe, hey, da könnte auch eine Herzerkrankung dahinter stecken. Vielleicht ein Angina pectoris oder sonst irgendwas, was man vorher, also was vorher noch nicht entdeckt war. Und ja, Tatsache war, dass er, ich weiß nicht, zwei Wochen später drei oder vier Bypässe bekommen hat. Er hat vorher nichts gemerkt. Er hatte keine Atemnot und nichts. Er hat nur diese Beschwerden gehabt. Aber das war mir dann ganz suspekt. Es war auch jetzt kein Mensch, der andere Faktoren gehabt hätte, wo ich sofort gedacht hätte, das ist es. Aber nachdem das nicht geholfen hat und es einfach für mich so offen da lag, glaube ich, dass es ganz gut war, wie wir da sofort, also dass ich auch sofort reagiert habe. Und es war danach alles super gut, ja. Deswegen, das ist auch, es ist einfach extrem spannend, wenn es nicht sofort hilft, dann muss man einfach weiterschauen. Also für mich ist das differenzialdiagnostisch genial gut, einfach zu gucken, hey, ist das muskulärfaszial oder irgendwas mit Gelenken oder sonst was? Oder steckt was anderes dahinter? Das ist die eine Sache. Und die Osteoprasur für uns mittlerweile ist eigentlich nur noch, um zu schauen, ob unser Ansatz mit den Übungen tatsächlich auch wirkt. Weil was Roland dann macht, wenn er die Behandlung macht, wobei du ja wirklich so gut wie nicht mehr in der Praxis bist, da muss man einfach auch sagen, nicht, dass jetzt da ganz viele Leute anrufen, weil das wäre gar nicht, wäre nicht gut. Aber wir haben ja genug Physios. Aber wir haben genug Leute bei uns, die von dir ausgebildet sind. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn nach dieser Osteoprasur der Schmerz runterschaltet, wissen wir, dass diese Übungen die Lösung sein werden. Die Übungen, die danach kommen. Die, die nämlich danach dem Patienten gezeigt werden, genau für sein Problem, das er hat. Und das ist das Wichtige. Das heißt, ich habe jetzt, ich bin ja immer noch bei euch in der Praxis, du hast meinen, ich bin hinten. Was hast du denn für einen Schmerz gehabt? Ich hatte hinten am rechten, eine rechte Schulter, hatte ich einen Schmerzen. Du hast bei mir vielleicht sehr wahrscheinlich von irgendwo drauf gedrückt. Ich habe danach, es ist 80 Prozent runtergegangen. Und da würde ich jetzt eigentlich sagen, juhu, fertig, ich bin geheilt. Nein, 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 würde ich denken. Und das sagen wir auch dem Patienten, weil dann geht es erst richtig los. Dann geht es los. Weil eigentlich wollen wir ja, dass du oder dieser Patient gar nicht erst zu uns kommt. Der soll seine Übungen machen und kriegt das wahrscheinlich selbst hin. Nur wenn er es nicht hinkriegt, dann sind wir Anlaufstelle. Aber jetzt warst du da, aber jetzt geht es darum, dich selbst in die Bewegung zu bringen. Weil ich kann niemals für dich den Job machen, weil da müsstest du ja jede Woche einmal kommen. Genau, also dieses Drücken ist jetzt quasi ein akutes Pflaster. Ja, kann man sagen. Was auch kurzzeitig die Wirkung behält, es hat auch schon ein Jahr gehalten. Ich kenne Fälle, da hat das Einmaldrücken ein Jahr gehalten. Und die Patientin, du weißt, hat nie die Übung gemacht. Aber normal, da wollen wir es gar nicht drauf ankommen lassen. Sondern die Regel ist, durch das Drücken stellen wir fest, wo hängt es. Weil die Punkte sind unterschiedlich schmerzempfindlich. Und darüber kann ich als Therapeut schon erkennen, der Muskel hat es besonders nötig. Der hat viel Stress, der nicht so viel. Kann daraus die Übungen ableiten, dann kriegt er seine Übungen. Wir versuchen das immer so zu machen, dass der maximal 10, 15 Minuten pro Tag üben muss. Wenn möglich weniger, bitte nicht mehr, weil dann bricht es total ab in der Umsetzung. Da sind die Patienten alle gleich eigentlich, mit wenigen Ausnahmen. Und dann soll er diese Übungen regelmäßig machen. Und jetzt gibt es eine ganz feste Regel. Wenn du, du bist ja der Patient, du hast jetzt Schmerzen, rechte Schulter hinten entfaltet. Das hängt mit deinem Bewegungsprofil im Alltag zusammen. Wenn dieses Bewegungsprofil, was du hast, dazu führt, dass du hinten rechts die Schmerzen bekommst, dann heißt das, du musst diese Übungen, die dir das jetzt ausgleichen, Schmerz weg, so lange weitermachen, wie du dieses Bewegungsprofil nicht änderst. Das heißt, für den Rest deines Lebens. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen, ich sitze ja hier jeden Tag an diesem Schreibtisch. Und das heißt, solange ich hier sitze und rechts vielleicht einen Schmerz habe, so lange muss ich diese Übungen machen, um das auszugleichen. Ganz genau. Du gleichst aus. Und wenn es jetzt nur um die Schulter geht, dann hast du auch nach zwei, drei Monaten, hast du vielleicht eine Übungszeit von vier Minuten am Tag. Weil das kann man dann so steuern, dass du an unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Übungen machst. Also das ist ein minimaler Zeitansatz, den du aber leisten musst, um neutral schmerzfrei zu bleiben und nicht wieder in Schmerz reinzugehen. Jetzt haben wir die Problematik. Jetzt haben wir, wir sprechen, ja, es ist noch Februar. Wir haben am Anfang des Jahres ganz viele motivierte Menschen gehabt, die sich unbedingt besser ernähren wollen, die keinen Kaffee trinken wollten das Jahr. Und dann haben wir wieder angefangen oder keine Schokolade essen, haben dann irgendwann angefangen oder aber auch sagen, ach Sport, das kriege ich jetzt in die zehn Minuten. Oder es gibt ja so viele verschiedene Apps, die immer so sagen, es sind nur fünf Minuten. Ja, klar, fünf Minuten. Wie kriegt man das denn hin? Das kann ich dir sagen. Ja. Das kann ich dir sagen. Motivieren. Also ich selbst bin eigentlich, ich unterrichte ja gar keine Bewegung. Ich bin eigentlich der Motivator, ja. Aber du rufst mich jeden Tag an. Fast, fast. Ich erkläre gleich wie. Also es gibt verschiedene. Erstens mal erkläre ich halt den Patienten alle Tricks, die man anwenden kann, um da in so eine Routine reinzukommen. Und mit dem Jahresanfang, wir haben dieses Jahr, wir machen jedes Jahr vier Live-Trainings. Und dieses Jahr, Anfang des Jahres, hatten wir 22.000 Leute im Training gleichzeitig. Und die sollen dann weitermachen. So war praktisch das Ganze geplant, ja. Und ich gebe also Tipps zum, soll ich es ein paar Tipps geben? Ja, unbedingt. Hast du das hier rein? Ja, klar. Okay, also das aller, aller Wichtigste, wenn man anfängt damit, das Zeitliche pro Tag auf ein Minimum zu beschränken. Also am besten, wenn man noch nie sowas gemacht hat, am besten erst mal nur eine Übung jeden Tag. Das dauert genau zwei Minuten. Und die zwei Minuten sind, sind wir uns einig, kein zeitliches Thema. Ja, aber es passiert was ganz, ganz Wichtiges. Du gewöhnst dich dran, jeden Morgen, das empfehle ich nämlich, gekoppelt an eine andere Routine, nämlich die Aufwachroutine. Oder ich gehe ins Bad, komme dann raus, dann. Oder ich putze mir die Zähne und dann. Oder ich trinke meinen Kaffee und dann. Also an eine schon bestehende Routine dranhängen. Zwei Minuten. Das ist auch nicht ohne, aber viel, viel leichter, als jetzt eine Viertelstunde direkt da irgendwelche Übungen zu machen. Also, kleine Einheiten, jeden Tag, wenn du das eine Woche durchgehalten hast mit einer Übung, dann die nächste Woche zwei Übungen versuchen. Vier Minuten. Wenn am Mittwoch die vier Minuten nicht klappen, wieder zurückgehen auf zwei Minuten, Rest der Woche zwei und so jede Woche steigern, bis man an seinem Pensum ist. Und das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Man sollte auch neben derselben Zeit den selben Raum nehmen, dieselbe Kleidung anziehen, dieselbe Musik hören. Also je mehr sich da ähnelt, desto leichter fällt es. Also ich weiß es von mir. Ich habe inzwischen Kleidung, die ziehe ich zum Krafttraining an. Ich habe Kleidung, die ziehe ich zum Dehnen an, weil alle diese Kleidung ist gekoppelt mit meiner Routine. Und dann ziehe ich nun die Kleidung an und muss diese Übung machen. Es geht gar nicht anders. Wie hängt das zusammen? Wie könnt ihr euch das erklären? Keine Ahnung. Peter, vielleicht weißt du das irgendwie. Das ist einfach die Routine. Ich glaube, es hat damit was zu tun. Und wir haben ja auch, auch bei der Ernährung gibt es ja so Sachen, die haben wir einfach übernommen, angenommen. Und deswegen machen wir das immer wieder. Und es ist dann gar nicht so einfach, da rauszukommen. Hier geht es darum, dass man das positiv macht, dass man das an was Positives koppelt. Und Tatsache ist ja schon so, wenn man das echt schafft, dass man sich gut danach fühlt, definitiv. Und das ist auch die einzige Chance, die wir haben, dass die Menschen spüren, dass es ihnen gut tut und dass sie es deswegen weitermachen. Also wenn jemand schon Schulterschmerzen gehabt hat und er hat jetzt die Möglichkeit, da rauszukommen, ich glaube, dann ist er mehr motiviert als jemand, der noch nichts gehabt hat. Obwohl, ich bin ja so eine absolute Befürworterin auch der Prävention. Wenn jemand nichts hat, dass er sich schon in die Bewegung begeben sollte. Weil das ist einfach ganz klar, Bewegung gehört einfach zur Schmerzfreiheit. Und da ist, das ist ganz klar, dass die WHO, die sagt nichts anderes. Wir müssen Menschen wieder in die Bewegung bringen, weil die einfach so wenig sich bewegen. Ich glaube, in Deutschland hat sich letztes Jahr 70 Prozent der Bevölkerung gar nicht bewegt. Also wir laufen schon. Also ich meine jetzt keinen Sport oder irgendwas gemacht oder Übungen gemacht, sondern nichts. Und das 70 Prozent, meine Güte, das geht nicht, weil wir leben dadurch, dass wir uns bewegen. Und deswegen können wir einfach nur immer darüber reden. Wir können versuchen zu motivieren. Letzten Endes ist es wirklich deine Entscheidung, ob du es machst oder nicht. Und ich glaube, was bei uns ganz gut läuft auf diesem YouTube-Kanal, ist, dass der Roland so authentisch ist und er das so macht. Und ich mache das auch. Also wir machen es. Und dadurch sieht man ja vielleicht auch, dass uns das gut tut. Und vielleicht bekommt jemand Lust, deswegen das auch für sich selbst zu empfinden. Weil es ist schon schön, wenn du so ein bestimmtes Alter hast und merkst, es geht trotzdem noch richtig gut weiter, ohne die ganzen Zipperlines, ohne die Schmerzen, ohne die Krankheiten, nur weil du was für dich tust. Also wir sind da auch richtig, richtig tätig. Wir motivieren auf allen Ebenen. Ich versuche, in den Büchern das rüberzubringen. Wir versuchen, das in den YouTube-Videos rüberzubringen. Wir haben hier auch eine App. Ja, die ist genial. Die ist deswegen so gut, weil da gibt es jeden Morgen eine Übung. Ja, jeden Morgen eine Übung. Und das war so süß. Wir waren neulich in einem Kaffee und da hat jemand gesagt, Mensch, du bist doch der Roland. Ich mache jeden Morgen mit dir um sieben Uhr die sieben Minuten Übung. Also damit könnte man zum Beispiel anfangen. Also dass man sich das regelmäßig aneignet. Sieben Minuten am Tag. Und alleine macht es einfach richtig gut. Da habe ich halt die Chance, zu motivieren. Da habe ich, weil wir schalten jeden Tag, 365 Tage im Jahr, ein neues Video. Nur, damit ich immer wieder sagen kann, hey, komm, gib Gas. Toll, dass du dabei bist. Morgen geht es wieder weiter. Weil das hilft total. Die Leute lieben das, weil sie einfach dadurch ein bisschen geholfen bekommen, das nicht von selbst machen zu müssen. Ja. Ja. Das ist auch tatsächlich meine Erfahrung. Also wir machen das als Familie jeden Morgen und haben es auch genauso. Also ich war gerade ganz froh, ganz schön. Wir machen eigentlich genau alles das, was ihr gerade gesagt habt. Oh, toll. Wirklich genau vorm Frühstücken zusammen Sport machen. Ganz wenig, eigentlich gar nicht viel. Es läuft immer der gleiche Song. Ja, ja, ja. Spannend. Spannend. Das ist genau das, was ich meine. I like to move it. I like to move it. Ist das? Und den machen wir sozusagen voll jeden Morgen. Und wenn eine Person mal keinen Bock hat, ist es auf jeden Fall noch eine andere da, die sagt, komm, ist ein Song, ist doch scheiß der Hund drauf. Auf machen wir jetzt schnell. Und das hilft total, genau diese Komponente zu haben, dass man das zusammen macht. Also auch wir als Familie, wir sind zu dritt. Meistens kommt der Hund irgendwann dazu, nervt total. Schön. Weil er dazwischen irgendwie zwischen den Beinen rum mitmacht und uns anspringt. Aber eigentlich ist das das, was wir für uns und am Anfang haben wir den Fehler gemacht, das war zu lang. Wir haben es am Anfang zehn Minuten. Siehst du? Und das war, dadurch war so, oh, jetzt zehn Minuten von 24 Stunden, die wir den ganzen Tag haben, zehn Minuten mit dem Sport machen. Und das hilft tatsächlich. Ich sage noch was immer, zu der Zeit, also ich bin mir sehr, sehr sicher, gerade bei Menschen, die wirklich einen deutlichen Schmerz schon haben. Diese Viertelstunde, ich gehe jetzt mal auf die Viertelstunde, auf die Obergrenze sozusagen. Diese 15 Minuten, die retten im Laufe des restlichen Tages, wenn das Schmerzen sind, die ein bisschen quälen, mindestens eine Stunde. Weil wie konzentrierter kann ich arbeiten, wenn ich das ohne den Schmerz mache? Ja, wie, 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 wie heißt das, wenn man neue Ideen bekommt? Kreativ. Genau, kreativ. Wie kreativ kann ich plötzlich sein? Aber das ist ja alles eingeschränkt bei Schmerzen. Also diese Viertelstunde ist die beste Investition, um sich eine Stunde, vielleicht sogar zwei Stunden an wirklich von an Zeit, die ich nutzen kann, mir dazu zu schaffen sozusagen, die ansonsten verloren wäre, weil ich gar nicht richtig konzentriert bin, weil ich nicht gut drauf bin. Das heißt, ich komme, also ich bin ja jetzt sozusagen noch im Praxisraum. Stimmt, du bist ja noch in der Praxis. Ich bin noch da und wir sind eigentlich durch. Wir haben diesen Punkt gefunden, ich habe jetzt bestenfalls irgendwie ist es auf 80 Prozent runtergegangen, du hast mir ein paar Übungen gegeben. Um 80. Um 80 Prozent, ja. Also du hast mir die paar Übungen gegeben, die ich jetzt jeden Morgen machen kann und dann ist es eigentlich… Ganz wichtig noch eine Sache. Der Roland macht mit dir die Übungen auch durch. Okay. Also das ist… Wir machen die durch. Wir machen die durch. Aber vorher der aller, 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 aller wichtigste Punkt für mich in so einer Behandlung ist, nachdem der Schmerz auf 20 Rest runtergegangen ist, muss der Patient verstehen, dass der Beweis erbracht ist für uns. Ja. Dass für uns der Beweis erbracht ist, dass die Übungen es schaffen, das, was jetzt kurzfristig hergestellt wurde, dauerhaft sich anzutrainieren. Weil das ist der größte Anschubmotivator, den wir haben. Deswegen ist es auch so toll, ich bin so dankbar, drei Gebeten nach oben, jeden Tag, dass wir wirklich in der ersten Behandlung meistens schaffen, dem Patienten das direkt fühlen zu lassen, dass es geht. Ohne dieses Gefühl würde er noch nicht mal zwei Minuten am nächsten Morgen üben. Aber mit der Erinnerung und mit meiner Erklärung, schau mal, du hast jetzt… Machen wir es mal hart, ja. Ist nicht immer, aber deutlich. Du hast jetzt seit drei Jahren chronische Rückenschmerzen, ja. Jetzt sind die plötzlich scheinbar weg. Die sind nicht weg, in dem Sinne, dass die weggezaubert sind, sondern ich habe deine Muskeln entspannt, deswegen braucht der Körper sie nicht mehr zu schalten. Das ist der Beweis, dass deine Muskeln und Faszien sozusagen die Ursache für deine Schmerzen sind. Und jetzt gebe ich dir die Übungen, die das, was ich mit meiner Therapie gemacht habe, dauerhaft das Gleiche herstellen. Natürlich kann das dann sein, der geht nach Hause, macht am ersten Tag die Übung noch nicht, ist am nächsten Morgen vielleicht auf 80 Prozent, auf 70 Prozent, macht dann die Übungen, geht wieder runter. Und so gibt es dann so eine Wellenbewegung. Im Normalfall ist nach zwei, drei, spätestens vier Wochen das Ganze dann gegen null. Und dann passiert der häufigste Fehler. Gehörn auf. Ja, gehörn auf, die Übungen zu machen. Aber dann kommt die Logik, weil die haben ihr Bewegungsprofil. Und dann geht es vielleicht nicht in drei Tagen wieder hoch. Aber nach so und so langer Zeit muss der Schmerz wieder entstehen, weil das Bewegungsprofil, was anfangs dazu geführt hat, ja weiter wirkt und nicht mehr ausgeglichen wird. Das heißt aber, im Grunde würden wir uns einmal sehen. Und wenn ich dann jeden Morgen meine sieben Minuten mache, dann sehen wir uns im Grunde in den meisten Fällen ja. Ja, aber wir sagen schon, dass es gut ist, das zweite Mal zu kommen. Oder auch ein drittes Mal. Weil wegen der Übungen. Ja. Und zu sehen, dass die richtig gemacht werden. Dass die genau richtig gemacht werden. Das ist uns schon wichtig, wie es dir dann auch geht, weil du warst ja sehr unsicher, deswegen bist du gekommen, sonst hättest du ja auch die Übungen machen können, die wir auf YouTube zeigen oder in der App, weil die hätten dir garantiert auch geholfen nach ein, zwei, drei, vier Tagen. Aber du bist unsicher und deswegen, genau deswegen würden wir gerne, dass du nochmal kommst und das zu kontrollieren und auch zu spüren, ob du sicherer für dich jetzt geworden bist. Das ist ja auch wichtig. Und dann ist es gut und du entscheidest, ob du nochmal ein drittes Mal kommst oder nicht. Aber eigentlich, dann ist es gut. Dann ist es wirklich gut. Und was wir schon auch gesehen haben, dass eben viele Leute, die nur die Übungen machen, dass bei ihnen das genauso hilft. Aber für die, die sich nicht trauen, weil sie vielleicht auch eine Schädigung vom Arzt bestätigt bekommen haben, gerade im Rücken. Die Befürchtung haben, sich zu verletzen. Gerade wenn da gesagt wird, hey, da ist eine Bandscheibe oder sowas. Die haben ja dann eher schon auch mehr Ängste und deswegen ist es auch gut, dann mit denen nochmal zu reden. Aber die könnten es auch nur mit den Übungen durchaus versuchen. Wir sehen es eigentlich so, dass der Patient, der irgendwie den Mut hat, vielleicht auch gewohnt ist, Übungen zu machen, eh schon für einen anderen Zweck. Der versucht es mit den Übungen gleich, mit den Büchern, was auch immer. Ist vielleicht in der App drin, wie auch immer. Den sehen wir eigentlich nie. Aber wir sind immer da. Ja, wir haben ja sehr viele Therapeutinnen und Therapeuten ausgebildet, Ärzte und Halbpraktiker meistens und Physios natürlich. Und das sind Anlaufstellen, um überall, Deutschland, Österreich, Schweiz, Anlaufstellen zu haben, um sich ein Rad zu holen. Ich habe so das Gefühl, es wird nicht besser. Mache ich eine Übung falsch? Bitte nochmal gucken. Irgendwie. Also immer so viel Info, wie die Brauen können sie sich holen. Und so versuchen wir, ein lebenslanger Begleiter zu sein. Entweder über die ganzen kostenfreien Inhalte auf YouTube oder dann auch mit dem Buch, mit dem man dann übt. Also jeder holt sich das, was er möchte. Habe ich auf jeden Fall verstanden. Also das Prinzip ist, also ich glaube, ich habe es verstanden. Das wäre gut. Das wäre gut. Das wäre gut. Und ich, was würdet ihr glauben, wie viele Menschen habt ihr schon geholfen? Ungefähr. Kann man nur schätzen. Also wir haben 1,86 Millionen Abonnenten jetzt momentan. Also nur auf YouTube. Auf YouTube. Wir haben insgesamt auf YouTube 230 Millionen Klicks. Mein Gott, also das geht in die zweistellige Millionenzahl, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist Schätzung bitte. Und was ist, würdet ihr sagen, so der häufigste, also der Schmerzpunkt Nummer 1? Rücken. Unterer Rücken. Definitiv. Der untere Rücken. Ja, auch ganz klar wegen des Sitzens, was die Leute nicht ausgleichen, weil sie wissen nicht, dass sie es ausgleichen müssen. Und das ist doch so schön, ja. Also natürlich kannst du sitzen, sitz da, so viel du willst. Mach einfach nur so drei, drei Großen, die drei Großen, sagen wir. Da geht es schon über das Unterrücken hinaus. Also eigentlich eine Übung, dass du sitzen kannst, so viel du möchtest. Welche Übung ist das? Indem du dich einfach überstreckst, stehst du auf und machst du deine Hände. Also entweder, wenn du ein bisschen unsicher bist, weil du dich überhaupt nicht mehr bewegt hast, gehst du vor eine Wand, hältst dich da fest und dann überstreckst du dich nach hinten, soweit du kannst. Immer ganz langsam, das ist immer ganz langsam, das ist ganz wichtig. Soll ich es mal so anleiten, dass ich es direkt mitmachen kann? Ja, klar. Das ist natürlich noch besser. Dann, also, okay. Jeder, der mitmachen möchte jetzt, stellt sich bitte ungefähr 80 Zentimeter vor eine Wand und nimmt die Handflächen vor den Schultern, vielleicht ein bisschen weiter seitlich, gegen die Wand. Stellt sich gerade hin, Füße schulterbreit und jetzt bitte den Bauchnabel einziehen. Bauchnabel einziehen, dann merkst du, wenn du runter zu deiner Hüfte guckst, zu deinem Becken, dass sich das Becken leicht aufstellt, dass du also aus dem Hohlkreuz rauskommst. Versuch das mal. Und jetzt hältst du dich weiter fest und schiebst deine Leisten nach vorne, während du den Bauchnabel nach hinten nimmst und mit dem Bauchnabel den Rumpf nach hinten bewegst. Und dann merkst du vielleicht ein leichtes Ziehen an der oberen, im oberen Bereich der Oberschenkel, in die Leiste hinein, vielleicht in der Hüfte, vielleicht zieht es sogar in den Rücken hinein. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass du dich langsam bewegst und dass du im langsamen Bewegen nur so weit den Dehnungsschmerz auslöst, dass er gerade noch sich positiv anfühlt. Also gerade noch Grenze Wohlfühlschmerz. Und du atmest ganz ruhig tief ein, tief aus. Und beim Ausatmen gehst du noch ein bisschen weiter in die Dehnung, bleibst aber immer unterhalb der Grenze, wo es ins Negative schlägt. Kann sein, dass du ein bisschen zitterst, das ist nicht schlimm, dann verharre da einen Moment, dann hört es wieder auf. Und das machst du zwei Minuten. Und steigest immer so, dass der Dehnungsschmerz gerade noch positiv bleibt. Nach zwei Minuten gehst du wieder langsam raus, löst dich von der Wand, stellst dich wieder hin, bewegst dich ein bisschen und füll mal rein. Es kann sein, dass du dich im Bereich des Hüften und des Rückens schon lockerer fühlst. Mach das jeden Tag. Und die Chance ist super, super groß, dass sich da ganz viel tut, gerade wenn du mit Rückenschmerzen zu tun hast. Hammer. Ich sehe, Petra, du willst was sagen. Ja, ich will schon gerne was sagen, wenn ich mir überlege, dass diese einfache Übung so vielen Menschen helfen würde. Angefangen von den sitzenden Kindern in der Schule, über die Studierenden oder wo sie auch immer sitzen, Arbeitenden im Sitzen. Das ist so einfach. Das würde so viel Leid ersparen. Natürlich dann auch Geld und so weiter auch für das gesamte Gesundheitswesen. Es ist so einfach. Und es wird nichts kaputt gemacht. Also wenn du ganz langsam reingehst, wenn du wirklich auf deinen Körper hörst, wenn du wirklich, wie Roland sagt, bei dem Wohlfühlschmerz bleibst, dann ist es einfach nur gut. Und diese Übung kannst du, machst du zweimal am Tag, dreimal am Tag, je nachdem, wie lange du sitzt. Und dann hast du es ausgeglichen und kannst mit einem guten Gewissen sitzen. Weil mittlerweile sagen ja die Leute schon, ach meine Güte, ich darf ja gar nicht sitzen, weil ich kriege ja Rückenschmerzen. Das stimmt aber nicht. Und man muss sich überlegen, das ist Volkskrankheit Nummer eins, anerkannterweise. Das sind die meisten Krankschreibungen, Milliarden. Was kosten Rückenschmerzen? 50 Milliarden, glaube ich. Ich weiß es nicht wo. Ich glaube in Deutschland, Österreich, Schweiz, 50 Milliarden. Und das Leid, wie die Petra sagt, eine einzige einfache Übung. Das ist nicht die einzige, die man da macht. Man kann auch mehr machen. Aber das ist die wichtigste. Und schon mit dieser einen Übung ist diese Volkskrankheit mit einer guten Chance in den Griff zu bekommen. Und das Wissen muss raus. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr froh, dass wir hier bei dir sitzen. Weil wieder mehr Menschen werden es versuchen auszuprobieren, werden auf YouTube gehen, werden bei uns in die App gehen, werden sich ein Buch von uns kaufen, weil sie denken, das muss ich mal ausprobieren. Und dann fühlen die es selbst. Und wenn man es selbst fühlt, dann haben sie eine Chance auch dran zu bleiben. Du hast es schon ein paar Mal gesagt, Roland, dass es noch keine Studien gibt. Doch, doch, dass es keine gibt, kann man nicht sagen. Es gibt jede Menge Studien, die aber nicht mehr gemacht haben, zu Zusammenhängen zwischen Bewegung und Dehnung und Schmerz. Da gibt es hunderte von Studien. Wenn wir jetzt davon ausgehen, vielleicht lass es eine Million sein. Das sind ja schon viele Leute, die sich vielleicht mit euch irgendwie beschäftigt haben, die die Übung machen, die weniger Schmerzen dadurch haben. Ich habe euch schon sozusagen, als ihr reingekommen seid, erzählt, dass ich euch kenne, weil das irgendwie gerade zwei Freunde von mir empfohlen haben und gesagt haben, das ist total super. Ich habe irgendwie weniger Schmerzen und das fand ich interessant. Warum gibt es da noch nicht mehr zu? Weil es müsste ja eigentlich so sein, also wenn wir davon ausgehen, sind 50 Millionen, 50 Milliarden, was auch immer, wie viele Kosten das sind. Wenn das das wäre, würden wir doch, also… Nee, ich glaube, es ist zu einfach. Ich bin voll bei dir. Also vor, Petra Wann, vor 15, 20 Jahren dachten wir eigentlich, ich hätte es nie vergessen, wir waren mal auf einem Kongress, wo es um Schmerzen ging. Und da haben uns die Leute umringt, die hatten da innerhalb von kurzer Zeit Schmerzbefreiung erfahren, haben gesagt, hey, Liebsterbach, in einem Jahr sind Sie weltbekannt, das ist 20 Jahre her. Ja, es hat mich damals beflügelt, ja, aber ich glaube, das, was wir da machen, ist für viele zu einfach. So einfach kann es doch gar nicht sein, ja, das ist so, glaube ich, der Hauptgrund. Also ich bin ja auch, ich bin ja Ärztin, also ich bin ja eigentlich eher so eine Erfahrungsmedizinerin, weil ich habe ja ganz viel erlebt in meinen langen Jahren des Ärztinnen-Daseins, aber ich bin natürlich auch schon sehr daran interessiert, dass wir evidenzbasiert auch arbeiten. Und wir sind ja jetzt wirklich in den letzten acht Jahren auch dank YouTube so groß geworden. Und unsere Firma ist auch groß geworden. Und wir haben jetzt auch tatsächlich erst die finanziellen Mittel, dass wir selbst Studien veranlassen können. Und wir haben vor zwei Jahren angefangen, einen wissenschaftlichen Bereich zu gründen, weil wir jetzt einfach selbst forschen. Weil es ist niemand auf uns zugekommen, hat gesagt, hey, eure Idee ist so grandios, wir probieren das jetzt mal in dem Krankenhaus an der Uniklinik oder so aus. Leider nicht. Vielleicht kommt es ja jetzt, weil jetzt sind wir ja wirklich schon relativ groß und bekannt. Und vielleicht hören uns auch mehr Ärzte zu. Wenn ich mir überlege, wie lange es bei mir gedauert hat, bis ich überhaupt offene Ohren bekommen habe, weil es bei mir so anders eingehämmert war. Ich denke, es geht vielen meiner Kollegen auch so. Die denken sich einfach, ach, was soll das denn? Ich habe das doch ganz anders irgendwie gelernt, dass wir vielleicht jetzt auch Unterstützung bekommen. Das wäre natürlich super toll. Und ich denke, dann haben wir gute Chance. Aber wenn wir keine Unterstützung bekommen, dann machen wir es einfach erst mal alleine. Wir haben auch schon, weil ich vorhin, was du gesagt hast, es gibt keine Studien. Also erst mal gibt es die anderen Studien, die andere Menschen gemacht haben, die solche Zusammenhänge belegt haben. Ist nicht ganz konkret auf unsere Übungen bezogen, aber allgemein Dehnung, allgemein Bewegung und sowas. Da gibt es schon genug Hinweise. Und wir selbst haben vor, ich glaube, es war Ende 19, Ende 20, diese erste Pilotstudie in Österreich. Die ist gemacht worden am Klinikum in Salzburg. Und vom dortigen Oberarzt, der Dr. Eckbert Ritter, der hat die gemacht. Das waren 22 Patienten. Und in der Studie sind da noch 20 übrig geblieben, weil zwei haben sich verabschiedet, die sind rausgefallen aus irgendwelchen Gründen. Und die hat super Ergebnisse gehabt. Aber das war keine sehr hochwertige Studie. Es waren zu wenig Leute. Es waren zu wenig Leute. Es war keine Kontrollgruppe da. Wir hatten keine Kontrollgruppe. Wir wollten einfach nochmal nachweisen, was sich da tut. Die Ergebnisse waren hervorragend, aber die werden schlichtweg nicht anerkannt, weil gesagt wird, ja, das war ja gar keine gute Studie. Aber deswegen, wir machen Studien. Wir sind auch gerade dabei, weil es ist halt irrsinnig teuer. Studien sind irrsinnig teuer. Und es ist irgendwie auch… Zeit und Arbeit und Energie. Ich glaube, das wäre total wichtig, weil es natürlich Kritik gibt, logischerweise. Und auch einfache Lösungen. Da sind die Menschen gerade in der Medizin natürlich auch skeptisch. Und wenn es aber schon so viele Menschen gibt, die das gemacht haben, macht das natürlich nur Sinn, dass man das irgendwie nachweisen kann. Weil wenn es so einfach ist, dann ist es eigentlich eine Revolution. Absolut. Und ich meine, man darf eins nicht vergessen. Also YouTube, ich bin unheimlich dankbar, dass es dieses Medium gibt, weil wir haben jetzt gerade mal überschlagen lassen, wir haben circa 400.000 Kommentare. Wir haben 230 Millionen Klicks, 400.000 Kommentare geschätzt, ist nicht genau ausgezählt. Und von den Kommentaren sind die allermeisten entweder neutral bis begeistert. Und allein das zeigt ja schon ganz, ganz viel. Weil wenn das, was wir da an den Übungen zeigen, nicht funktionieren würde, dann würden ja nicht so viele Millionen Leute… Ja, das wäre einfach, uns wird es gar nicht mehr geben, wir wären gar nicht bekannt. Weil die Leute würden die Übungen probieren, würden sagen, ja, auch nicht besser als das, was ich kenne. Oder bring mich auch nicht weiter. Und dann wäre das eingeschlafen wieder. Aber es geht ja radikal immer höher, weil die Leute halt merken, wie auch bei dir, ja. Also ich habe inzwischen, wir sind so bekannt, Gott sei Dank, bin ich unheimlich dankbar für. Jeder, den wir irgendwie kennen, der erzählt uns plötzlich, hier und habe ich in meinem Bekannten heiß und meine Tante oder mein… Ja, irgendwie hat irgendjemand schon mal was damit zu tun gehabt. Und immer heißt, ja, es hat geholfen und die sind begeistert und Dankeschön wird weitergegeben und so. Das ist eine gute Basis, ja. Und deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir die Studien durchgeführt haben. Ja, und dann ist wieder ein Argument mehr. Und wie ist diese ganze YouTube-Kiste passiert? Weil es ist ja letzten Endes auch das… Sehr gute Frage. Es ist ja ungewöhnlich. Ja, absolut. Für mich vor allen Dingen. Also da gibt es ja unseren Sohn, den Raul. Und der Raul ist vor heute etwas über zehn Jahren in die Firma mit eingestiegen. Hat Peter vorhin schon mal angedeutet, weil er gesagt hat, Papa, ihr macht hier Sachen, die glaubt keiner. Wir müssen irgendwie den Menschen das verfügbar machen, und dass sie das nachvollziehen können, was ihr tue, damit sich das rumspricht. Lass uns kostenlose Übungen auf Video in YouTube stellen. Und da ist bei mir erstmal ein ganz großes Fragezeichen hochgegangen, weil ich hatte jetzt, bis dato waren das 20 Jahre, ein Übungssystem erarbeitet, was es so, schätze ich, nur einmal gibt. Ja, also da ist richtig Erfahrung reingeflossen, immer wieder optimiert. Und dann war ich plötzlich in der Situation, ich soll jetzt diese Übungen for free ins Netz stellen, und dann, ja, womit verdienen wir dann unser Geld so ungefähr? Ja, war schon eine harte Überlegung. Und ich hab mich dann erstmal, ich war unsicher, ob wir das machen können, ja. Und der Raul, die jungen Leute halt mit sozialen Medien und so weiter, hat gesagt, Papa, lass uns das machen, das wird sich alles zeigen. Ja. Und hat Papa das gemacht. Und so fing das an. Also ich hab ein Video geguckt, das war 2015. Ja, genau. Das ist, glaub ich, so das erste Video von der Bücherwand, relativ… Ja, 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 bei der Veteraner-Praxis. Relativ normal. Ja. Also, ja. Ja, spontan. Spontan, sehr spontan geguckt, genau, und da eine Übung gemacht. Und ihr habt aber einfach gesagt, okay, wir probieren das. Wie groß war euer Team damals? Boah, klein, klein, winzig. Also, nee, für die Videos, da haben wir uns noch einen Bekannten… Genau, wir hatten gar kein Team. Genau, angestellt. Also, ihr habt sozusagen 2015 oder 2014 eure Praxis gehabt. Genau. Und da gab's… Und hatten schon ein Büro, hatten wir schon, aber wie viele Leute waren da? Zehn vielleicht, fünf? Keine Ahnung. Ja, maximal. Und wie gesagt, wir haben einen Bekannten, der auch YouTube-Videos gemacht hat, den haben wir gebeten, ob er vielleicht… Mit seiner Ausrüstung zu kommen. Genau, ob er das für uns dann mal machen kann. Und so haben wir gestartet. Und wie ist das dann? Also, ich meine, fünf Leute, ihr habt ja schon diese… Ihr habt einerseits, ne, Menschen kommen zu euch in die Praxis, aber auch, ihr bildet schon aus, das gab's ja schon. Ja. Und dann ist aber dieses YouTube-Ding dazugekommen. Genau. Eigentlich mit dem Ziel ist, bekannter zu machen. Ja. Ja, ja. Die Information rauszugeben, hier, es gibt was, was ihr machen könnt, um euch selbst zu helfen. Also, für uns war es ja auch wichtig, das, was wir wissen, nicht immer nur im Eins-zu-Eins-Gespräch oder vielleicht in einer kleinen Gruppe loszuwerden, sondern das sollte ja raus an jeden, irgendwie letzten Endes an jeden. Und da war natürlich, da bot sich YouTube einfach auch an. Und am Anfang war es so, da war mal ein, da war ein Klick und dann hatten wir mal einen Abonnenten und dann haben wir zwei Abonnenten und dann haben wir plötzlich 20 Abonnenten und dann waren es 50 und dann haben wir Video… Ja. Ja, weil wir haben gemerkt, das funktioniert. Jetzt sind es ja, du hast ja schon gesagt, glaube ich, 1,8 Millionen irgendwas. 1,86, ja. 1,86, habe ich schon geguckt, ja. Und wie ist das passiert? Ich meine, es gibt viele Menschen, die auf YouTube oder im Internet unterrichten, die Yoga anbieten und so weiter. Und es gibt aber so ein paar, also beim Yoga ist es Maddie Morrison. Ja, die macht auch tolle Sachen. Genau, die macht das auch großartig. Und da fing es ja auch irgendwann mal an. Aber warum ist das bei euch so durch die Decke gegangen? Kann ich genau sagen. Gut, gut, gut. Ja, absolut. Der Automechaniker hier. Also Punkt Nummer 1, die Übungen funktionieren. Wenn sie das nicht tun würden, dann würde das alles überhaupt nicht existieren. Und Nummer 2, Raul. Ein Sohn, der unglaublich fit ist in diesen ganzen, ich weiß gar nicht die Worte dafür, also in den sozialen Medien, wie macht man sowas, wie macht man die Suchbegriffe, diese ganze Technik dahinter, die blicke ich 0,0, ja. Aber das hat er sich darauf konzentriert, hat er als Sklava, da tut sich was, gleich Leute dazu geholt, das Team ist größer geworden und die beiden Komponenten haben das gemacht. Also wenn nur eine davon gefehlt hätte, wenn ich nur tolle Übungen gezeigt hätte, ich hätte niemanden gekannt, auch zehn Jahre später nicht. Und wenn nur der Raul, ohne Übungen, das auch nicht. Also das hat beides zusammengewirkt. Ja, und dann, also das will ich dir schon mal sagen, ich glaube schon, so wie du bei den Videos auch rüberkommst, weil du bist einfach so ehrlich, aufrichtig, authentisch und machst alles mit. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Teil dafür, dass es so erfolgreich geworden ist. Danke, dass du das sagst. Ja, denke ich schon, weil, also. Ich glaube, es hat viel mit der, deswegen, ich habe das jetzt so im Scherz gesagt, Automechaniker, weil das etwas, es wirkt sehr, sehr pragmatisch. Also das finde ich, das ist irgendwie das, was mich angesprochen hat, weil es wirkt nicht so Hokuspokus mäßig, sondern es wirkt einfach so, das ist dein Problem, so machst du das und so machst du es bestenfalls richtig. Und deswegen ist es, also das spricht mich daran an und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass irgendwie Freunde von mir das gucken, weil es irgendwie nicht, es ist nicht, da wirkt, es wirkt nicht nach einer, da gibt es noch irgendwas oder da hinten oder so, sondern es wirkt für das, was ihr anbietet an Schmerz, also Schmerz ist ja sowas Diffuses, haben wir auch schon viel drüber geredet und dann ist es eben so eine, es gibt irgendwie, da sitzt ein, steht ein pragmatischer Typ und man denkt sich, ja gut, das, der wird das schon, der wird das schon wissen, also. Okay. Ja, also das, so nehme ich das, weil ich nehme dieses, das Pragmatische nehme ich als ein totales Gewinnend dafür ein, würde ich sagen. Kannst du das nachvollziehen, Piers? Ja, absolut, absolut, ich verstehe es gut und also, was ich halt von mir weiß, ist, man kann, man kann ihm halt auch vertrauen, das ist, das ist so, weil er weiß genau, was er da macht und er zeigt es und jeder kann es probieren und das ist halt wieder, da sind wir wieder, dass es jeder eben ausprobieren kann, egal ob, also egal wie alt da jemand ist, ja, also kann die Übung, der Roland sagt ja immer, mach so wie du kannst da, ob da jetzt jemand 90 Jahre alt ist oder vielleicht 50 oder vielleicht auch 25 oder vielleicht sogar noch jünger, manchmal gibt es wirklich auch ganz Junge, unglaublich, dass sie sich das angucken, aber es gibt es ja, es gibt ja auch schon ganz Junge, die Schmerzen haben, es passt halt immer und jeder soll das machen, was er kann, also da gibt es keinen Anspruch, also es geht nicht darum, dass du jetzt der Beste sein musst und du musst es genauso machen, wie da Roland vielleicht es schafft, es geht darum, dass jeder das macht, so wie er es für sich kann und dadurch schon alleine Besserung erfährt, das ist es eigentlich. Wie viele Menschen arbeiten jetzt bei euch? 150. 150? Ah, ich lege gerade mal. Richtig groß, ganz groß. Es gibt ja auch bei Firmen, so spricht man ja auch vom sogenannten Wachstumsschmerz, was war euer Wachstumsschmerz? Boah, höchstens der Zeitmangel, also auch meine persönliche Situation, eigentlich nur Zeitmangel, Überforderung, Überforderung und deswegen bin ich auch halt froh, inzwischen ist es so, dass der Raul praktisch das ganze Unternehmen leitet, da haben wir nichts mehr mit zu tun, weil er macht das einfach so, wie wir es niemals auch nur ansatzweise hinbekommen würden und wir können uns voll auf die Inhalte konzentrieren jetzt, das hat schon deutlich Erleichterung gebracht und da mussten wir so schmerzhafte Sachen machen, wie, dass ich zum Beispiel jetzt keine Ausbildung mehr mache, weil das ging einfach nicht mehr zeitlich, diese dauernden Abwesenheiten, ich hatte schon vorher aufgehört, Vorträge zu halten, ich bin immer rumgefahren, habe Vorträge gehalten, aber das hat mich zerrissen irgendwie, das war zu viel und da haben wir so gemäßigt, dass ich jetzt so ein Pensum habe, was auch noch sportlich ist, aber ich mache das ja auch gern und ich kann es gut bewältigen. Und was ist dieses Pensum, was du jetzt machst? Naja, das Pensum ist, dass ich eigentlich immer arbeite. Wie ist der Spruch? Ein Selbstständiger arbeitet ständig selbst oder so. Selbstverständlich. Ja, genau, selbstverständlich. Aber es macht ja auch Schmerzen. Nee, es macht Spaß. Und ich habe wirklich, also erstmal, ich mache nur Sachen in die Videos, die ich selber auch toll finde. Ja, also ich merke, das tut gut, dann mache ich das, dann transportiere ich das auch mit dem Gefühl, das tut ja auch gut, weil ich merke ja, wie mir es gut tut, ja. Und wenn ich dann teilweise sitze ich da und irgendwie noch keine Ahnung, wo ich anfangen soll, weil noch zu viel auf dem Schreibtisch, ja. Dann passiert was ganz Süßes. Ja, ja, dann gucke ich mir unser letztes Video an. Ja. Aber nicht das Video, das kenne ich ja, das habe ich ja gedreht, ja, sondern geh in die Kommentare. Und wenn ich mir 20 Kommentare durchgelesen habe, bin ich so beflügelt, dass ich genau weiß, das mache ich nur drei Stunden weiter. Okay. Das heißt, du bist jetzt eigentlich hauptberuflich YouTuber? Also YouTuber und Bücherschreiber und Interviewgeber und manchmal mache ich auch einen Podcast. Wenn ich von so netten Leuten eingeladen werde oder wir eingeladen werden und was mache ich noch? Ja, das ist genug und du machst ein Training. Also du machst ja auch ein Training für dich. Wie gesagt, die drei bis vier Stunden halt. Also auch schon, wir entwickeln ja auch weiter oder du entwickelst halt auch bei den, gerade bei den Übungen, da geht es ja immer weiter, weil in diesen Übungen, da gibt es ja schon noch so ein paar Geheimnisse, die da mit eingewoben sind. Zum Beispiel, dass du auch Krafttraining machst. Also der Roland hat jetzt diese Übung so konzipiert, dass du in einer gedehnten Muskelstellung tatsächlich auch deine Muskeln stärkst, weil wir brauchen natürlich auch kräftige Muskeln. Das ist ja ganz wichtig. Und das wird jetzt zum Beispiel eingebaut in die Übungen. Es kommt immer wieder was Neues. Es geht dauernd weiter. Wir sind nicht am Ende damit. Du hast gesagt, in einem Interview von der Zeit war das, ohne Meditation wärst du heute gar nicht mehr da. Ja, ein harter Spruch, aber kann schon was dran sein, weil, also die Übungen, übrigens wenn ich sage Meditation, meine ich damit auch teilweise die Übungen, weil wenn man die macht und die langsam macht, sich reinatmet, das ist sehr meditativ. Und wenn ich diesen Ausgleich nicht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich überfordert. Überfordert mit dem Pensum, was du sozusagen bewältigen musst. Mit dem Pensum, weil ich habe nie irgendwie, also das Entspannteste, was ich habe, ist, dass nicht gerade die Deadline von einem Buch schon wieder mich bedroht und dass ich mal überlegen kann, was ich machen kann. Das ist schon entspannt, aber es gibt immer was zu tun und die Liste ist lang. Aber ich finde es auch toll, weil, also ich sehe es, ich sehe es so, das ist unsere, kann ich für uns beide sprechen, unsere Lebensaufgabe und das ist ja keine Arbeit. Das ist ja, das ist ja Aufgabe. Das ist, aber trotzdem gibt es ja den Fall, wir haben viel über die körperlichen Sachen gesprochen und haben schon ein bisschen über die psychischen Sachen gesprochen. Es gibt ja auch den Burnout, also selbst auch bei vielen, vielen Menschen, wir lernen das gerade irgendwie, auch bei, es wird jetzt endlich drüber gesprochen, viel mehr in Amerika als jetzt in Deutschland, aber dass gerade die Menschen, die auf YouTube erfolgreich sind und so weiter, das ist ein selbstbestimmtes Leben, aber man ist abhängig vom Algorithmus und es wird jetzt sehr, sehr viel vom Creator-Burnout gesprochen. Es ist Menschen, die einfach sagen, wir müssen so, wir produzieren so viel und machen so viel und eigentlich treibt uns das, treibt uns der Algorithmus und dann natürlich wir selber uns auch in den Burnout. Also vielleicht, vielleicht passen wir auch ein bisschen gegenseitig auf uns auf. Also es gibt ja schon, also da Roland unterstützt mich beispielsweise, indem er mich schon immer mal wieder anstößt und sagt, hey, ein bisschen mehr machen, ja, weil ich vielleicht so ein ein bisschen versuche, ein bisschen weniger zu machen und das tut mir gut und ich, ja, ich sorge dafür, dass er wirklich super gut ernährt wird und dass es auch mal Auszeiten gibt. Also wir lieben es schon auch mal zu Hause einfach mal, ja, obwohl es sehr selten vorkommt, auf der Couch zu liegen und ein Buch zu lesen. Aber wir haben uns schon vorgenommen, dass wir das öfters machen wollen. Ob uns das gelingen wird, weiß ich nicht. So ist unser Leben schon immer und mal gucken, ob wir, ob wir ein bisschen mehr Ruhe reinbringen können. Wie ich so den Roland kenne, glaube ich, dass es schwer gelingen wird, weil wir dürfen einfach oder du, du musst wissen, wir haben immer neue Ideen und wenn wir neue Ideen haben, dann wollen wir die auch umsetzen. Und das ist genau das, weil du vorhin gesagt hast, was waren eigentlich die Wachstumsschmerzen? Das sind auch für den Raul so Wachstumsschmerzen, der sagt, wenn wir mit einer neuen Idee kommen, nee, stopp, geht jetzt nicht mehr. Also da mussten wir auch lernen, dass es Wachstumsschmerzen gibt, dass nicht mehr alles gemacht werden kann, weil man muss erst mal richtig gute Arbeit leisten, damit wieder was Neues gemacht werden kann. Und ja. Ich meine, es ist ja euer Name, steht ja auch drüber. Und wenn da so viele Menschen, 150 Menschen in eurem Namen. Wir haben Verantwortung. Genau, also für diese Menschen, aber auch natürlich ist es ja auch euer Name. Also das ist, wenn ich jetzt sozusagen auf eurer Webseite bin und ich gebe ein, eine Postleitzahl, dann kommt ja irgendwie im Umkreis, hier in Berlin sind es da mehr, da gibt es Menschen, die sozusagen die Therapieform anbieten und das muss ja eigentlich alles tight sein. Also dass man da, da darf kein Scharlatan dabei sein, weil du sofort die Marke, euren Namen sofort beschädigen eigentlich. Also wir haben da inzwischen ein Zertifizierungssystem eingeführt. Das ist wie so ein Führerschein, dass diejenigen, die die Zertifizierung machen, die bei uns auf die Seite dann kommen, weil die sich praktisch ausgewiesen haben, auf dem neuesten Stand zu sein, eine gewisse Prüfung gemacht haben. Ja genau, die werden regelmäßig geprüft, alle zwei Jahre. Genau, die müssen es auch immer wiederholen. Also das ist ja beim normalen Führerschein nicht der Fall, was vielleicht auch gut wäre. Stimmt, deswegen, das wäre sehr gut, ja. Aber bei uns schon, das ist schon wichtig, einfach damit wir auch wissen, dass wir die Leute, die wir auf unserem Therapeutenfinder haben, dass die in unserem Sinne auch arbeiten. Aber natürlich 100 Prozent sicher kannst du nie sein, aber bis jetzt ist noch, glaube ich, nicht, dass ich irgendwie was gehört hätte, dass das was völlig schräg gelaufen wäre und ja. Ihr habt euch Anfang der 80er kennengelernt, in Frankfurt im Maggie Messer, nachts um halb fünf. Was würdet ihr sagen, ist jetzt noch gleich, zu damals, zwischen euch beiden? Die Zuneigung, geile Frau. Roland. Entschuldigung, darf man das Wort nicht sagen? Darf man sagen, absolut. Also das ist deine Antwort. Guckst du dir mal an, die junge Frau hier. Hier wird jemand rot gerade auf der anderen Seite. Ja, das stimmt ein wenig. Aber es ist, also, ich glaube auch, was, das finde ich etwas sprachlos. Stich auch kurz. Aber gut. Das muss ich wirklich mal einen Moment. Ich könnte nur einen draufsetzen jetzt, wenn ich noch diesen Rahmen sprengen würde. Bitte, bitte, bitte nicht. Du hast gefragt, was noch gleich ist. Ja. Also, der Roland ist nicht, also, nee, nicht nicht, das machen wir nicht. Der Roland ist unglaublich interessant. Der hat immer was Neues. Es war Langeweile mit ihm, kenne ich nicht. Zwischendrin ist es immer mal anstrengend, ja, weil er ist halt auch schon anstrengend manchmal, ja. Aber es ist wirklich, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es, dass mir, dass ich dadurch Zeit verliere, sondern eher Zeit gewinne. Weil wir haben immer neue, neue Ideen, neues Projekt, also innerhalb unseres Projektes gehabt. Es ging immer weiter und wir haben, wir haben auch nicht aufgegeben. Es gab schon Momente, wo ich gedacht habe, oh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wir haben so viel Einsatz gebracht. Aber wir haben es immer wieder, immer wieder angegangen, also mit der Schmerztherapie. Und da war immer ganz positiv. Das ist nämlich eine Eigenschaft vom Roland. Der sieht alles, wirklich alles positiv. Und das finde ich schon, also auch, wenn du, wenn du denkst, eigentlich ist das jetzt nicht positiv, Roland holt dann auch was Positives raus. Und das tut mir schon ganz schön gut, weil ich bin nicht immer nur so positiv. Und wenn ihr an, ich meine, du sprichst sozusagen, als Projekt redest du gerade, das ist ja eigentlich dann die Firma. Das ist unsere Lebensaufgabe. Die Lebensaufgabe. Aber wenn ihr an Liebschau Pracht arbeitet, also an der Firma, arbeitet ihr dann gleichzeitig in der Beziehung? Ein Stück weit schon, das geht ja gar nicht anders. Und es ist auch, also was mich schon sehr fasziniert ist, dass unsere Art, wie wir kommunizieren, auch anders geworden ist. Also wir sind, wir, ja, also ich, wir gehen viel mehr aufeinander ein. Und wir sind nicht so, dass der eine unbedingt jetzt rechthaberisch ist, dass er, also ich weiß es jetzt, sondern wir hören viel mehr zu. Also das ist so schön geworden jetzt auch. Das ist auch eine Entwicklung. Und wir lernen auch immer noch voneinander. Das finde ich auch ganz spannend. Worauf führst du das zurück? Also dass ihr mit dieser Firma, mit dieser, mit diesem Imperium, was ihr da aufgebaut habt, gleichzeitig aber einen privat, einen größeren, einen besseren Rahmen für das Aufeinanderzugang geschaffen habt? Also ich glaube schon, dass, dass wir letzten Endes auch ganz schön tolerant waren. Weil jeder von uns hat sich ja auch entwickelt und nicht immer zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung. Aber wir haben nie vergessen, warum wir uns auch einfach mal so toll gefunden haben. Und das kam dann immer wieder zurück und das ist gut. Und das hat uns immer wieder begleitet und dorthin gebracht, dass wir gesagt haben, hey, wir gehören, wir gehören wirklich zusammen. Und so ist es tatsächlich, dass wir jetzt dieses Jahr 40 Jahre verheiratet sind. Wie toll. Ja. Aber das muss ich jetzt wirklich die pragmatischen Menschen vor mir fragen. Also das ist, also ihr habt ja sehr genau, ich komme zu euch und sage, ich habe Rücken, du findest den Punkt, du gibst mir eine Übung dafür, ich mache diese Übung und so weiter und so fort. Und das funktioniert. Und jetzt sagst du gerade, ihr habt nicht vergessen, was ihr ganz am Anfang, was ihr füreinander empfunden habt und euch immer wieder daran zu erinnern. Was ist eure Übung dafür? Also wie schafft ihr das? Also für mich kann ich die Übung beschreiben. Ich habe im Kopf, dass ich bei jeder Begegnung, die ich habe, Freude hinterlassen möchte. Und das gilt für die Petra genauso wie für alle anderen auch. Ja. Und das ist auch spürbar. Und dennoch will man doch manchmal was Besonderes sein. Also will, also sozusagen, wenn ich jetzt merke, wir sind jetzt hier zu dritt, ja, dann merke ich natürlich auch, du willst das auch bei mir hinterlassen, aber dennoch gibt es ja dann nochmal einen Unterschied zwischen einer Ehefrau und einem Matze, dem man ein gutes Gefühl geben möchte. Weißt du, wir sind ja auch nicht irgendwie blauäugig. Also wir haben uns auch gefetzt, wir hatten auch natürlich Streit gehabt, aber trotzdem war immer so ein Grundgefühl da. Und ich glaube, das hat uns getragen. Das hat uns wirklich auch über alles getragen. Ich verstehe dennoch noch nicht. Also ja, ich verstehe dieses Grundgefühl. Ich glaube, jeder Mensch, der mit einer Person zusammen ist, wo er vielleicht auch mal Ja gesagt hat, ob das jetzt eine Ehe ist oder ob das jetzt einfach ohne Ehe funktioniert, das geht ja klar. Aber ganz oft vergisst man das ja. Also es gibt viele Menschen, die das irgendwo, da geht das verloren. Genauso wie Menschen eben eine Fehlhaltung haben und sich eben nicht richtig zurückdehnen. Und dann vergessen sie das. Ich habe gerade eine Idee. Ich glaube, das hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Ich kam gerade darauf, als du das zurückdehnen mit gerader Haltung. Die meisten Menschen laufen mit einer schlechten Haltung rum und sind sich dessen gar nicht bewusst. Und können dann auch nicht daraus aufwachen irgendwie. Man muss sich immer wieder daran erinnern. Wenn aber das Bewusstsein für die schlechte Haltung immer mehr reinkommt oder so auch das Bewusstsein für eine Beziehung immer mehr reinkommt, dann kann man ganz anders mit Situationen umgehen, als wenn man sich so diesen zufälligen, eruptiven, emotionalen Reaktionen, überlässt. Kann man das nachvollziehen? Noch nicht ganz, aber ich glaube, Petra muss es übersetzen auf emotional. Ich kann es vielleicht für mich so sagen, dass es mir schon klar war, dass eine Beziehung, die vielleicht ein ganzes Leben dauern soll, dass die kein Strandspaziergang immer ist, sondern dass es durchaus auch mal Situationen gibt, die nicht so toll sind, aber trotzdem wissend, dass ich einen Grund hatte, warum ich mir diesen Mann ausgesucht habe. Weil es gab so ein paar Dinge, die mich von Anfang an fasziniert haben an ihm. Also es war seine, dass er, also der hat mich genommen, wie ich bin. Ja, der hat immer gesagt, dass er mich liebt. Also sobald es für ihn klar war. Es war am Anfang gar nicht so leicht, muss ich da schon dazu sagen. Aber ihr habt nach drei Monaten geheiratet, glaube ich, oder? Nach, also wir haben uns im Mai das erste Mal gesehen, haben im November geheiratet. Ja, aber da waren wir noch nicht zusammen. Ja, aber da war zwischendurch immer eine Pause und deswegen drei Monate. Das war schon alles so. Die Stimme schon, aber vorher hatten wir uns schon mal gesehen. Und ich wusste, der ist total interessant und der ist auch, der ist aktiv. Also Langeweiler waren für mich immer, das war, also ich habe ja auch schon vorher, gab es ja schon mal so zwei, drei Beziehungen und ich wusste einfach, ich will schon auch irgendwie Pep haben, weil sonst hat es für mich überhaupt keinen, macht es gar keinen Spaß. Und das wusste ich schon. Und das ist ganz verrückt, dass dieses Wissen darüber, wie wertvoll er auch ist, weil ich finde schon, dass Roland sehr wertvoll ist. Das war irgendwo, das war schon immer, das war immer da. Manchmal ein bisschen mehr bedeckt, manchmal ein bisschen offensichtiger, aber es war da. Und ich glaube, dass das mich tatsächlich auch durch diese ganzen vielen Jahre auch getragen hat. Wie verhandelt ihr miteinander individuelle Bedürfnisse? Also die es ja auch gibt. Jeder Mensch hat eigene Bedürfnisse. Die eine Person will mehr Freiheit haben, die andere will das. Dann die eine Person will vielleicht mehr an der Firma gerade arbeiten, die andere sagt, ich will mal eine Pause machen, ich will mal Urlaub machen. Wie kriegt ihr das zusammen? Also wir lassen uns schon ganz schön viel Freiheit. Also A, wenn ich mal keine Lust habe, dann sage ich das auch und ziehe mich auch zurück. Und das andere ist noch, ich denke, das ist wesentlich. Also es ist ja nicht so, dass wir nur zusammen an dieser Schmerztherapie arbeiten. Diese Schmerztherapie, diese Übung, sie ist eigentlich Roland. Ich bin ja die Ernährungsfrau. Ich habe ja meinen eigenen Bereich auch noch. Und da kann ich mich ja auch entfalten, genau wie er, sodass wir schon auch unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen haben. An einem gemeinsamen Projekt. An einem gemeinsamen Projekt, ja, so kann man das durchaus sagen. Und dass wir uns auch natürlich Freiräume lassen. Weil ohne Freiräume, glaube ich, das ist ganz furchtbar. Also wenn ich keine Freiheit hätte, dann würde ich ersticken. Und ersticken erstickt dann auch eine Liebe, ja. Deswegen Freiräume sind schon extrem und Freiheiten sind schon extrem wichtig. Freiheiten auch mal mit einer Freundin irgendwo hinfahren zu können. Also nicht immer zusammenzuhängen, das ist auch nicht gut. Stimmt die Geschichte, das weiß ich nicht, dass du immer noch Taschengeld kriegst? Das hat mir vielleicht jemand verraten. Ja, ja, ja. Vielleicht kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen. Aber Fakt ist, und ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre, dass ich die letzten 20, 30 Jahre kein Konto mehr angeguckt habe. Weil mich das einfach nicht interessiert. Und Peter fragt mich manchmal, hast du überhaupt noch Geld? Und ich gucke dann, ja, ein bisschen was habe ich noch. Und dann gibst du mir halt was. So kam das Taschengeld zustande. Also wie funktioniert dieses Prinzip? Also das heißt, du legst dann... Total easy. Du legst dann ab und zu mal ein Huni hin? Also sie ist die Finanzchefin. Nein, nicht ein Huni, es kann auch ein bisschen mehr sein, ja. Nee, das ist... Also der Roland, der braucht auch irgendwie nichts. Das ist wirklich verrückt, ja. Halt manchmal, wenn er irgendwie, was weiß ich, kein... Für was brauchst du eigentlich Geld, fällt mir gerade aus. Also ich kann vielleicht... Vielleicht geht es nicht zu weit, aber ich kann jetzt doch erzählen, als wir uns kennengelernt haben, ja. Ja, das stimmt. Als wir uns kennengelernt haben, da war ich, da kam ich... Also die Bundeswehr war nicht so lange her. Und ich hatte damals als Student in der WG, da hatte ich zwei Jeans und zwei olivgrüne T-Shirts von der Bundeswehr und ein Parka für den Winter. Ja. Ja, und das war es. Mehr habe ich nicht gebraucht. Und ein Fahrrad und noch ein Fahrrad. Eins davon hast du nämlich mir dann geschenkt. Ja, und zwei Fahrräder. Und dass man sich irgendwie Kleidung kauft, die man gar nicht braucht, weil die Jeans hält ja auch noch, ne. Das war mir neu damals. Also das habe ich dann so gelernt. Und also ich, wenn ich, für was soll ich Geld ausgehen? Wenn ich mal essen gehe, okay. Das kostet dann was, aber ansonsten wüsste ich auch nicht. Vielleicht mal mit meinem Urlaub fahren oder so. Ja. Es ist schon, es ist einfach so. Ja, also ich habe, Gott sei Dank, ich finde es toll, weil ich habe mich darum, es hat sich irgendwie so eingespielt. Das war gar kein, das war gar kein aktiver Entschluss, sondern es war einfach nur, dass mit diesen ganzen Konten und diesen Nummern, die man da eingeben muss und weiß der Geier, das war mir alles viel zu anstrengend. Und deswegen macht sie das, verwaltet das und so ausgeben. Tue ich sowieso nichts? Also ich will es einfach mal zusammenfassen in einen Satz. Wir haben in der Family uns noch nie wegen Geld gestritten. Auch zu Zeiten, als wir wirklich nicht so viel hatten. Wir haben uns nie gestritten. Und ich glaube, das ist doch total gut, oder? Total. Aber sowas, wenn das, sowas verändert sich ja manchmal, wenn dann plötzlich Geld auch da ist. Also so bei euch nicht. Ne, überhaupt nicht. Wie kriegt ihr das in diesem Zusammenhang mit euren Söhnen hin? Also ich meine, die sind ja auch in der Firma. Es ist ja eigentlich… Nur der eine. Nur der eine. Nur der eine. Der andere ist der Musiker und wohnt hier in Berlin. Alles klar. Okay. Also Raul ist der Geschäftsführer. Ja. Und ihr kümmert euch um den Inhalt. Ja. Und wie redet ihr miteinander? Also das ist auch da, es gibt ja auch immer noch den Unterschied zwischen Geschäftspartner und Eltern und Sohn. Ja, das fließt bei uns irgendwie so zusammen. Ich kann es dir nicht wirklich sagen. Also ich habe ja nie ein Thema wegen Geld gehabt, nie in meinem Leben. Und wir hatten früher so gut wie keins. Und auch jetzt mit der Firma, der Raul macht diese Firma. Und der ist auch verantwortlich dafür, dass die Firma gut läuft und dass wir auch letzten Endes Geld verdienen mit dieser Firma. Und dann ist es einfach gut, wie es ist. Und er macht es richtig. Und wir vertrauen ihm voll und ganz und kriegen das ja auch mit, weil wir ja daran beteiligt sind. Und das ist gut so. Ich würde nie irgendwie hingehen und würde sagen, hey, also ich weiß gar nicht, was man sagen kann. Also es läuft einfach gut. So. Also ich höre so ein bisschen raus, das ist das eine, weil ich mich gefragt habe, wenn man so eng zusammenarbeitet wie ihr. Und wenn man auch das so ein bisschen, das merkt man schon, wenn man sich mit euch ein bisschen beschäftigt, dass ihr zum einen eine Firma habt, die gut läuft und zum anderen aber auch eine Ehe habt, die offensichtlich gut funktioniert. Also so. Und ich höre vor allen Dingen raus, dass es sehr viel mit Freiheit zu tun hat, aber auch gleichzeitig an einem gleichen Projekt zu arbeiten, was vielleicht über das Projekt Ehe hinaus geht. Ja, 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 kann man sagen, ist gut zusammengefasst. Dann freue ich mich irgendwann von euch einen Beziehungsratgeber zu lesen. Da würde Raul protestieren. Papa, dein Spezialgebiet ist Schmerz. Schreib bitte keinen Beziehungsratgeber. Aber da würde ich, da würde ich entgegenhalten, lieber Raul, was ist denn mit Herzschmerz? Super. Ja, okay. Kannst du dem Raul ja mal vorschlagen. Das schlage ich dem Raul mal vor. Nein, ich glaube, das ist, weil wir so viel über Schmerzen gesprochen haben und das hat ja aber auch was. Es gibt so viele Arten von Schmerz. Es gibt, glaube ich, da noch eine Sache und zwar Rolands Mama ist jetzt vor kurzem verstorben, 96 und die Ruth war für mich eine der tollsten Frauen überhaupt, die mir in meinem Leben begegnet sind, ja, deswegen wahrscheinlich auch so ein toller Sohn und seine Schwester ist nicht weniger toll und als sie Ruth 95 Jahre geworden ist, haben wir bei uns zu Hause ihren Geburtstag gefeiert und da habe ich sie gefragt, sag mal Ruth, was würdest du uns denn allen sagen, was das Wichtigste im Leben war, weshalb du so geworden bist, wie du bist? Und da hat sie gesagt, kurz nachdem sie überlegt hat, weil sie hat immer überlegt, sie hat nicht so ganz, ganz schnell immer reagiert, es ist wohl die Toleranz, tolerant zu sein und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Ratgeber in Beziehungen und da hat sie recht, hat sie absolut recht, nicht nur in Beziehungen, sondern eigentlich im ganzen Leben. Sehr gut. Ich glaube, wir können ja langsam, also ich finde, das ist fast schon ein wunderbarer Schluss. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Okay. Was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt? Englisch. Ja, da warst du viel schneller, aber das stimmt, ja, Englisch. Ja, weil das muss einfach besser werden, weil wir wollen schon noch ein bisschen rausgehen, da hat er ja schon recht, ja. Was denken andere über euch, was nicht stimmt? Oh, dass es uns nur ums Geld geht. Stimmt 0,0. Wir verdienen natürlich gerne auch Geld, aber uns geht es um die Inhalte und das kann ich so, so, das ist einfach so. Und ich finde es immer so traurig, wenn da Leute schreiben, ja, denen geht es noch eine Daumen, hier hilfst du mir, sie verkaufen und so. Ich denke, shit, du kennst mich überhaupt nicht, warum schreibst du denn so was? Ja, ich denke nur, also ich versuche es jetzt gerade mal so ein bisschen ins Positive zu interpretieren, weil viele sagen ja, das möglicherweise einfach auch nur, weil sie auch gerne vielleicht ein bisschen mehr Geld haben würden, also von daher sollen sie es denken. Keine Ahnung. Sollen sie es einfach denken. Also ich weiß, ich weiß, warum ich das mache und von daher ist es gut so. Das ist das Interessante, dass egal wie alt die Menschen sind, dass hier sitzen ja meistens Menschen, die in irgendeiner Form mit Kommentaren auch zu tun haben und egal, ob das eine 24-jährige Sängerin ist oder 64, 63, 66-Jährige, Schnapser ist es bei einem das Gleiche. Es ist, da können 100 Kommentare, sondern der eine, der nervt einen dann doch. Ja, ja. Immer noch, also mich verletzt dann manchmal und. Obwohl es zu wenige sind, wie du sagst, ja. Das ist unglaublich, aber es tut trotzdem weh. Das ist ein Bruchteil von den Leuten. Aber bei dir doch nicht. Nee, bei mir ist es, bei mir ist es relativ entspannt, also bei mir ist es kommentarmäßig relativ entspannt, ja, finde ich schon. Aber wenn, dann weiß ich ja, die meinen ja gar nicht mich. Ah. Also das. Ja, ja, das ist ein guter. Okay, gut. Das ist auch gut. Aber sowieso, eigentlich ist es völlig. Und manchmal ist es ja auch richtig. Manchmal gibt es ja auch einen Hinweis, wo man denkt, ah ja, stimmt, hätte ich mal fragen können oder wie auch immer, hier war ich zu fahrig oder was auch immer ist, aber wenn es quasi etwas ist, wo man denkt, genau, also das, keine Ahnung, geizig oder welche Zuschreibung man kriegt, dann denke ich, ja gut, du kennst mich, also du meinst irgendjemand anders, aber wir kennen uns ja nicht. Ja, ja, also konstruktive Kritik finde ich total super, liebe ich auch, weil da kann ich die nächsten Videos noch besser machen, gell. Und schade ist eigentlich, von gefühlt tausend Leuten, die begeistert sind, ist einer dabei, der lässt so einen Spruch los und das macht einem dann zu schaffen irgendwie, gell. Das ist eigentlich schade. Aber eigentlich ist es ja, genau. Eigentlich ist es völlig übertrieben, dann darauf zu reagieren. Aber es war so eine ganz spontane Antwort jetzt halt. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz, Imagination ist gefragt und ihr dürft entscheiden, was für alle dort drauf zu lesen sein wird. Es darf keine Werbung sein, sondern ein Satz, ein Wort, was euch, wo ihr sagt, das ist die Message, die wir gerne allen Berlinern und Berlinerinnen und die hier gerade so. Du kannst selbst ganz viel gegen deine Schmerzen tun. Was schreibst du drauf? Ja. Du kannst schmerzfrei sein. Welchen nimmt er? Eine Mischung aus beiden, wir würden noch ein bisschen über die Formulierung nachgedacht haben. Ja, die würden wir dann kombinieren. Also wenn das wirklich jetzt diese Wand zu entwickeln wäre, würden wir ihren Satz, das ist ein schönes Beispiel für unsere Zusammenarbeit, ihren Satz und meinen Satz so angleichen, dass ein gemeinsamer Satz drauf ist. Ich glaube, jetzt würde ich doch noch einen anderen Satz vielleicht sagen. Ich würde sagen, du wirst schmerzfrei durch Bewegungsübungen, dass sie auch schon gleich wissen, worum es geht. Ja, da kann man auch noch besser optimieren. Ja, weiß ich, ich bin ja jetzt nicht. Aber so ist unsere Zusammenarbeit. Ja, manchmal hängen wir an einem Satz. Wir gleichen das dann ab. Und dann kommt Raul noch dazu und dann. Ja, das könnte dann sein. Wenn wir dann fertig sind und dann kann es auch mal sein, dass er sagt, also das war ja mal gar nichts. Das lassen wir mal ganz sein. Also auf jeden Fall sowas ähnliches würde auf diese Plakatwand tatsächlich kommen. Aber da bist du doch drauf, oder? Nee, das ist ja. Bist du da nicht drauf? Ich bin da nicht drauf. Nein, auf der Plakatwand am Alexanderplatz, da stehen die Sachen drauf, die die Menschen sozusagen dafür alle lesbar machen wollen. Ach, genau so war das gewesen. Stimmt. Genau, also die Plakatwand gibt es ja gerade auch tatsächlich. Ja, ich weiß es doch. Deswegen, die gibt es ja. Ich dachte, das wäre so ein Gag, ne? Nein, das ist kein Gag, aber … Es war aber lange ein Gag, aber es ist wahr geworden. Aber jetzt ist es wirklich so, und sollten wir uns das jetzt nochmal überlegen, was da draufstehen soll? Nee, es wird, also es kann tatsächlich sein, dass es, kann ich ja sagen, wir reden gerade darüber, dass wir eine neue Auflage der ganzen Plakatwand machen. Also es gibt, mir hat das jemand geschenkt und es hängen da hundert verschiedene Antwortmöglichkeiten und wenn es soweit ist, dann würde ich mich sowieso bei euch melden und sagen, so, es wird die Wand jetzt nochmal geben, also was wollt ihr draufschreiben? Aber jetzt haben wir zumindest einen Ansatz. Ja, wir haben einen Ansatz. Wir werden ihn ausarbeiten, dass er fertig in der Schublade liegt, falls es dazu kommt. Sehr schön. Kurz und knackig wird es dann sein. Wie viele Worte dürfen das sein? Ach, das gibt es ganz unterschiedlich. Also wir haben Leute ein Wort draufgeschrieben, das haben Leute ganz viele Sachen draufgeschrieben. Also das ist dann, da gibt es dann keine, da gibt es gar keine. Aber es ist eine schöne Idee. Finde ich auch. Das fand ich, als ich das gehört habe, fand ich das unglaublich. Ich dachte eben, das wäre nur so ein Beispiel. Ich habe das immer, das ist meine letzte Frage, immer seit Anfang an und irgendwann, und es gab immer wieder Menschen, die geschrieben haben, ja, möchtest du die Plakatwand haben? Ja, klar, gerne 500.000 Euro. Nee, habe ich leider nicht. Und dann irgendwann haben sich Menschen gemeldet und haben gesagt, so, wir haben diese Wand, du machst das immer und wir würden dir das gerne geben. Und ich konnte nicht glauben und dann haben sie gesagt, und wie lange? Also wie viel? Nix. Und wie lange? Ein Jahr? Und ich so, was? Und jetzt ist ja das Schöne an Berlin, dass sich Sachen mal verzögern in Berlin und Baustellen länger sind, als sie irgendwie sein sollten. Und es ist jetzt schon klar, dass es mit einem Jahr nicht hinkommt. Und deswegen reden wir gerade so, ja, vielleicht machen wir nochmal eine Neuauflage. Genau. Superschöne Idee. Finde ich auch. Und jetzt kann man da hingehen und kann sich das angucken und liest dann so ganz viele verschiedene antworten und dann vielleicht auch demnächst mal eure Antwort. Ja, schauen wir. Schauen wir. Vielen herzlichen Dank für euren Besuch. Es hat mich richtig, richtig gefreut, dass ihr vorbeigekommen seid. Ja, super. Vielen Dank für deine Einladung. Uns hat es auch total gefreut. Ja, es war total schön bei dir. Ja, das war es. Danke, danke. Richtig Spaß. Schönen Tag noch. Ja, gleichfalls. Gleichfalls. Tschüss. Das waren Petra Liebscher und Roland Liebscher-Pracht. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, man hat es gemerkt, aber ich hatte große Freude mal mit einem Ehepaar zu sprechen, was schon länger zusammen ist. Gerade dieser letzte Teil hat mir unglaublich gut gefallen. Aber ich fand es auch interessant, so intensiv mal über den Körper zu sprechen, über Körperschmerzen. Ich hoffe, ihr konntet den ganzen Sachen folgen. Natürlich ist es manchmal ein bisschen einfacher, wenn jemand vor einen sitzt und das so ein bisschen zeigt. Ich hoffe, das hat sich hier audiomäßig übertragen. Was ich bemerkenswert fand, und ihr habt das bestimmt auch gemerkt, mit welcher Leidenschaft gerade Roland hier spricht. Natürlich kann ich es total nachvollziehen und finde es auch richtig, richtig schön, wenn jemand so sehr für eine Sache brennt. Das habe ich ihm auch die ganze Zeit angesehen. Und der YouTube-Kanal, die ganzen Kommentare und natürlich auch meine Freunde, die mir davon erzählt haben, die geben dem auch Recht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Medizin, gibt es die Wissenschaft. Und da merkt man ja auch, dass sie da noch einen Schritt gehen müssen, dass da noch Studien her müssen, die das Ganze nochmal belegen. Und dann wird das Ganze auch nochmal unter einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde mir das auf jeden Fall weiterhin anschauen. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze so findet. Schreibt mir gern, wie immer. Und ich packe in den Shownotes natürlich Links rein zu Petra und Roland, zu der Webseite, YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Da gibt es aber auch einen Link zu meinem Linktree. Da sind alle Werbepartner der Folge drin. Und dann gibt es auch immer so eine Liste mit Menschen, denen ich danke. Das sind diesmal Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt. Jan Köppen und Andi Finz für die Musik. Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung. Und Sebastian Fischbeck für den Videoschnitt. Das heißt, wir haben hier wieder mitgeschnitten. Und da gibt es kleine Clips auf YouTube, auf Instagram oder TikTok. Dann seht ihr die beiden auch bei ihrer Leidenschaft. So, ich gebe mich jetzt erstmal denen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir sehen uns hier wieder bald. Ich freue mich drauf. Euer Matze. Ich freue mich drauf.